Zurück aus der Sommerpause ohne Sommer. Hier ist der NDK-Folge 22, müde bin ich auch noch. Ich heiße Renke Broden und mir gegenüber sitzt Dennis Mohrhardt. Gott zum Gruß. I drink the beer from the glass, but that's boring. Das Boot, ooh ja, that's more likely, keep pouring. I have the German accent and so of course I love beer. But how much can the boot hold? Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, vier. Das Boot. Das Boot. I have the beer and so I need the light snack. A giant pretzel, totally perfect. Cheese goes nicely with that. Now I'm all dirty and tired and probably needs the shower. Energy drink should do. I just need more than five hours. So very, totally cool. I wake up early and I hunger for breakfast. Butter, pancakes, sausage, eggs, bacon, sugar and cinnamon. And for lunch I want the wiener. Schnitzel, ooh ja, I gotta have syrup in my turn. And wash it down with the butter. For dinner, it's simple. I always eat the same thing. Sourat, goulash, bratwurst, fatzel, has some pepper and mayo. And to top it all off, I think the cake looks amazing. There's just one thing I'd change. I think it goes without saying. Stick it in the boots. Ja. Extra für dich, Dennis. Ja. Extra für dich. Guten Morgen. Moin, moin. Wie geht's denn dir, Dennis? Äh, muss. Bin ein wenig erschöpft. Ja, schlimm, ne? Ja. Bist du auch so müde wie ich? Ne, ich hab bis halb drei geschlafen. Ne, ich hab, da hab ich gearbeitet übrigens, weil ich verdiene ja mein Geld, das ich ausgebe. Also, ich, ich bekomme es und ich verdiene es. Also, ich verdiene es und deshalb bekomme ich das, will ich damit ausdrücken. Nicht im Gegens, also, nicht so wie du. Und, äh, Faden verloren macht aber nix. Ja. Ja. Ist, aber findest du auch, dass es, also, ich bin jetzt gestern und heute jeweils Fahrrad gefahren und obwohl es nicht warm war, hab ich geschwitzt. Es ist, äh, unerträglich. Ich bin mit... Das ist komisch, ne? Ja, es ist ziemlich schwül, meine ich. Ja, aber das ist ja nicht wirklich schwül. Es ist ja so kalt, dass es gar nicht wirklich schwül sein kann. Also, ich bin auch auf halber Strecke dann aufs T-Shirt gewechselt, Pulli aus und... Ja, aber selbst das war bei mir heute Morgen zumindest noch, äh, noch zu warm, wenn ich so. Ja, es ist komisch. Hab ich auch gestern gelernt, dass irgendwie Köln das irgendwie so ein ähnliches Problem hat, weil es in so einem Becken liegt. So, so umgeben von, äh, von Bergen und so einem Becken liegt. Ja, sind wir hier ja auch. Das ist halt ziemlich bescheuert, bettertechnisch. Naja, ähm, das, äh, was wir gerade gehört haben, das ist, äh, ein Werbevideo für das, äh, Bierboot. Gut, also ein, 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 ein Gläschen, Gläschen ist gut, der passt in 1,4 Liter rein. In Form eines Stiefels. Sollte man sich mal das Video angucken, im Zweifel, weil das ist, äh, Augenschmaus. Finde ich. Kann man, äh, kann man tun. Das Lied kann man auch kaufen übrigens, ja, das war jetzt hier eine Werbeveranstaltung. Aber man kann es auch kostenlos herunterladen. Äh, Entschuldigung, die Stiefel kann man kaufen, so, und das Lied kann man kostenlos, ach, meine Güte. So, äh, ja. So, äh. Macht uns wahrscheinlich immer noch nicht, äh, dürfen wir jetzt wahrscheinlich immer noch nicht hier einfach so alles ausströmen, aber ist egal. Ich würde übrigens gerne mal von Hannes Wader abgemahnt werden. Ja? Weil der bestimmt im Herzen genauso ein Kapitalist ist wie alle anderen auch. Ah. Okay. Ja. Sind wir nicht alle ein wenig Kapitalist? Nein. Ich nicht. Ah. Also, ich habe mich an das System gewöhnt. Hä? Ja. Du, nee, komm. Lass einfach sein. Äh, nicht immer versuchen, mich zu provozieren. Ich provoziere doch gar nicht. Wir haben in der Tat heute nicht so viel Zeit, übrigens. Wieso? Weil um 22 Uhr ist es 200 Meter, äh, Olympia-Finale. Ah, Olympia. Und Usain Bolt läuft. Hast du den, hast du den im Vorlauf gesehen? Der ist ins Ziel gejoggt. Ja, und? Und war Erster. Ich habe nur so eine Animation gesehen von der New York Times, wo sie ein bisschen verglichen haben, die Läufer der letzten 120 Jahre und so ein bisschen gezeigt haben, was alles mit Training möglich ist. Ja. Aber effektiv handelt es sich nur um drei Sekunden, die ja steller ist als sein Vor-Vor-Vor-Vorläufer in dem 1800 schließt mich durch. Nur drei Sekunden? Ja, ist ja auch hier, ne? Ja, aber es ist viel bei so einer Strecke. Ja, eben. Ähm, also nicht nur, das ist einfach mal, wenn du vorher zwölf Sekunden gelaufen bist oder 13 oder was und dann nur noch neuneinhalb, dann sind das mal schlanke 20 Prozent. Naja, aber die große Frage wird ja sein, ob irgendwann ein Mensch die 9,5 knacken kann. Das sagen viele Sportwissenschaftler, dass das nicht gehen wird. Ja, aber er ist schon 9,58 gelaufen. Ja, aber unter 9,5. Ja, das ist ja so viel auch gar nicht mehr, ne? Naja, aber mal sehen. Es gibt ja noch, der Mann ist glaube ich jung, oder? Oder ist er schon alt? Usain Bolt? Gut, äh, pfff, ich glaube so geht so. Okay, also nächstes Jahr Olympia, dann wahrscheinlich noch ne Chance. Ja, das hat mir natürlich keine Kapitel mal angesetzt. Ja. Aber wir fangen jetzt mal mit den Themen an, die wir hier rumstehen haben. Ja. Okay, also vor allem erstmal weg, bevor wir erstmal mit den großen Themen anfangen mit der Kram. Der Juli ist ja vorbei. Ich möchte kurz einwerfen, heute wird eine Dennis-Sendung und ich hab irgendwie zwei, drei Themen ins Pad geschmissen und bin irgendwie zu gar nichts gekommen, obwohl wir Sommerpause hatten, die wir gar nicht geplant hatten. Äh, und deshalb, ich kommentiere alles nur, weil Dennis erzählt und ich werde ungefragt, unflätig kommentieren. Ach, du bist Waldorf und Stadtlein einer Person? Ja, genau. Ah, okay. Okay, äh, bevor wir zum einen Dankeschön kommen, noch ein anderes Dankeschön, und zwar, äh, Wikigeks, an die, äh, Claudia und Ralf, äh, wegen Headset-Ausleihe, sind wir immer noch in der Sommerpause. Nee, werden wir nicht, weil dann hätten wir nämlich einen Großmembran-Mikro bekommen von denen. Ah, okay, 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 aber trotzdem, aber selbst dann werden wir, aber okay, ja. Ja, das stimmt. Äh, weil mein Headset soll irgendwann die Target irgendwie entkommen. Haben wir das überhaupt erzählt, dass das kaputt ist? Äh, ja, haben wir doch letzte Sendung, äh, erzählt. Ja, dass das aufgefallen ist. Ich hab danach, ich hab, nee, gar nicht wahr, dann ging's doch wieder, ich hab dich doch umgesteckt. Erinnerst du dich? Ja, genau. Ja. Ah, und dann haben wir gesagt, es heißt ja, okay. Ich hab dich umgesteckt, also es geht darum, dass dein rechter Kopfhörer hier, das, da, wo der Ton rauskommt vom Headset. Ist ausgefallen. Genau. Und zwar, nachdem Dennis mit dem Finger drauf gezeigt hat. Das ist Magie. Ich bin, ja. Also deswegen hab ich meine Hände heute an den, an den, an den Sessel lehnen gekettet. Polnische Hexenkunst ist das. Ja. Und dann hab ich ihn umgesteckt, hab gedacht, naja, vielleicht ist unser 20-Euro-Billo-Kopfhörerverstärker im Arsch. Und dann ging's wieder. Am nächsten Tag hab ich aufgenommen, äh, für Schnackennett, und da ging's nicht, da war's im Orsch. Und dann haben wir nochmal bei den Wikigigs aufgenommen. Genau, und da hat's auch nicht funktioniert. Ja, alles im Orsch. Und dann haben wir's eingesenht. Ja, du. Ja. Und es soll jetzt die Tage wieder kommen. Wobei ich noch kein Ergebnis weiß. Sie haben nur gesagt, dass der Service-Partner es diese Woche raussendet. Mal schauen. Aber ich glaube, dass das dann, äh, die werden's röbig repariert haben. Ja. Die Wikigigs haben auch, äh, wieder neuerlich eine Folge veröffentlicht, diesmal ohne uns. Äh, zwar haben die einfach, hier, war das, haben die jetzt nicht Freitag gesendet? Äh, äh, ja, Freitag. Ja, war auch wieder völlig, äh, immer komplett durcheinander. Die senden wir ab sofort immer 20.15 Uhr. Ja, ist auch vernünftig. Wir machen ja auch immer jetzt, äh, irgendwann. Genau. Ähm, und da waren der Herr Silencer und der Cornelis von Schönercken zu Gast, was ich sehr angenehm fand. Äh, und gelernt haben wir was? Äh. Pornoschauen ist Medienkompetenz. Ach was. So weit bin ich noch nicht gekommen. Ja, ich schon. Wie du hörst. Ich hab's auch noch nicht ganz durch. Ist ziemlich lang. Knappe vier Stunden. Ja, ja, ich hab's live gehört und bin dann nach, äh, nach zwei Stunden rausgegangen. Äh, und wollte mir dann den Rest, äh, dann irgendwann auch jetzt die Tage anhören. Irgendwas war Freitagabend, deshalb konnte ich nicht zuhören. Naja. Ach, da war, ach genau, da war ich in Ostfriesland. Ja, so ist das. Ah. Zu Hause. Und da ist der Empfang immer so schlecht? Ne, da hab ich einfach abends, äh, war ich bei Hilke und hab dann, dann saßen wir da und haben wir nicht, da ist auch nicht so Netz-mäßig so. Also wäre vielleicht schon gegangen, aber, äh, nee. Ja. Da sind ja dann auch andere Leute, die dann auch noch irgendwas tun wollen. Okay, äh, aber auf jeden Fall noch ein weiteres Dankeschön und zwar, weil ja Juli jetzt zu Ende ist, äh, und morgen der zehnte ist, gibt es, äh, Money Money. Und zwar Flatterklicks. Ja. Und die haben ganz viele uns geflattert. Ich hab nicht im Teil den Kopf, aber glaube ich, wir haben 20er jetzt kassiert, diesen Monat. So viel? Ja. Ah, ich dachte, ja, so umgekehrt. Aber das ist schon richtig, das ist schon ordentlich. Ja. Wenn das so weitergeht, können wir uns in zehn Jahren... Ordentliche Technik kaufen. Ne, aber das ist schon, also wenn wir, wenn wir jetzt uns mal irgendwie ein anderes Mischpool zulegen wollen vielleicht, oder sowas, äh, oder andere Dinge. So ein iRick könnten wir uns jetzt übrigens schon, schon bezahlen, dadurch. Genau, aber wir haben ja ein paar Dinge jetzt vor. Wie immer. Zum Politcamp könntest du das natürlich mitnehmen. Ich weiß nicht, ob ich da hingehen kann. Äh, ja. Ja. Gibt's da, um was mal kurz eins, gibt's da lange Karten oder sind die irgendwann ausverkauft? Äh, ich glaube nicht, dass die da ausverkauft sein werden. Okay. Weil ich muss mich echt spontan entscheiden. Mhm. Weil ich hab, ich weiß nicht, wie mit Geld aussieht. Ja. Ist ein bisschen schwierig. Äh, auf jeden Fall da das Dankeschön für eure Zahlen rein. Klickt und klickt weiter. Klickt uns reich. Flattert uns zu Tode. Äh, und dann noch ein weiterer Punkt in Sache. Wir haben jetzt die Webseite noch einen Tick erweitert. Äh, die ist jetzt auch mobil erreichbar. Also, mobil war sie schon vorher erreichbar, nur sie ist jetzt, äh, responsive. Und zwar, wenn, wenn man auf dem Handy guckt, dann sieht sie anders aus, mobil optimiert. Und so. Hab ich noch gemacht. Ja. Ist auf jeden Fall schön. Ja. Damit ist jetzt eigentlich, äh, deine To-Do-Liste für die Webseite eigentlich abgearbeitet. Echt? Also, es sind einzig nur die Links, die fehlen noch. Äh, also die, äh, äh, Dings da direkt reinspringen. Mhm. Aber das weiß ich nicht, ob ich das noch hinkriege. Aber das hab ich dann irgendwann tüftet raus. Aber ich glaub, das ist gar nicht schlecht dokumentiert. Ich hab's, äh, im Angriff haben sie jetzt die Spezifikation nochmal geändert. Und zwar haben sie es an die WC3, da gibt's so eine WC3, äh, Medienverlinkungsspezifikation. Und die haben sie jetzt angepasst. Mhm. Und damit soll es jetzt einfacher sein. Oh ja. Ja. Äh, äh, und, äh, soll ich einfach weitermachen? Oder willst du einfach dein Handy weiterspielen? Ich hab gerade, ich hab gerade eine Nachricht bekommen, die in der Tat sehr, sehr witzig ist. Äh, die kann ich dir nachher vielleicht mal... Okay. Äh, und dann war ich gestern in Hamburg. Deswegen bin ich heute irgendwie so ein bisschen schlapp. Ja, und dann hast du hier aufgeschrieben, du bist übrigens völlig wahnsinnig mit einem Metronom, hast du so ein Schülerferienticket? Äh, nee, ich hab nie, da hab ich mich gergert, das ist mir nicht selber später eingefallen, dass ich mir so ein 29-Euro-Ticket kaufe. Äh, nee, ich bin, ich hab Niedersachsen genommen, bin mit Metronom nach Hamburg gefahren. Vollkommen irrsinnig. Das kostet... 21 Euro. 21 Euro. Was hättest du mit Bahncard 50 für die Bahnfahrt bezahlt? Äh, äh... Nicht wesentlich mehr, 30, oder? Nee, 30, ja. Aber es wäre Metronom gewesen. Weiterhin. Wie? Äh, weil Hannover kostet IC 13 Euro mit Bahncard 50. Ja. Und das heißt, du musst ja noch nach Hamburg rechnen, also es wäre irgendwo bei 40 angelangt. Bestimmt. Mit IC. Das recherchiere ich jetzt. Ähm, aber ich wollte, weil ich eh nix vorhatte und das war so, ja, für mich ist das nicht so problematisch, ich mag ja Bahn fahren. Und ich hab ja was gesehen, ich wollte ja mal, äh, das war mein zweites Mal in Hamburg. Das ist das Mal, weil ich erst 2008 in Hamburg, äh, und hab da auch nix gesehen, weil morgens hin, im Dunkeln in die Konferenz rein und abends im Dunkeln wieder zurück zu Bahnhof. Ja. Und heute hab ich mal was von Hamburg gesehen, oder gestern. Nämlich? Äh, den Apple Store von außen. Ja, warum bist du nicht reingegangen? Wenn ich... Es ist krass, da oben, da oben drin zu stehen und rauszuschauen. Aber wenn ich, aber wenn ich iPads begrabbeln will, kann ich auch von Saturn hier in Göttingen gehen. Ja, aber das ist doch, das ist doch gar kein Vergleich. Allein wie das da ausge... Äh, ja, ich hab gesehen von außen, wie das aussieht. Das ist massiv. Aber ich bin jetzt da jetzt, äh, die Alster hatte ich auch, konnte ich auch von... Also bist du halt da in einer massiven Schickimicki-Erke, ne? Ja, das war, äh, Jungfernstieg, äh, da war ich, da bist du, wir sind ja ausgestiegen dort, äh, und da war ich in den Starbucks gegangen. ICE? Ja. Hin und zurück, mit Bahncard 50, zweite Klasse, 64 Euro. Okay. Das heißt, 20 Euro mehr, als du jetzt gezahlt hast. Mhm. War's das wert? Ja. War's das? Okay. Nee, ich hab was gesehen. Äh, also, und den 100-Wasser-Bahnhof in Uelzen find ich potthäßlich, aber das liegt, glaub ich, an meiner Natur, dass alles schön rechtseckig sein muss und so, ich bin Technokrat und das ist... Und ich find Windmühlen, äh, Wind, äh, Windräder in der Landschaft wunderschön. Ich find, ja, das ist aber, das ist aber auch letztlich ein, äh, das ist immer so ein doof Argument zu sagen, äh, die verschandeln die Landschaft. Das ist... Das ist... Das ist... Und, ähm, und es wird auch noch immer wieder kolportiert, dass die teilweise laut sein, was ich nicht nachvollziehen kann, weil, wie in einer Show, da wo ich wohne, ähm, eine kleine, was heißt, ne, ja, besonders groß ist die, ist die Windkraftanlage nicht und, ähm, die hört man eigentlich höchst selten nur, die hört man nur, wenn's so ne ganz klare Nacht ist und ordentlich Wind dabei, dann hört man dann so... Ja, aber das, das, das ist ja, in Göttingen hör ich ja oben, wenn, äh, die Nacht ruhig ist, dann hör ich ja auch die Zugstrecke bei mir noch. Ja, ja, klar. Und, äh, das ist also kein Problem, das ist der normale. Aber ich hab gehört, dass die, also ältere, äh, ältere Anlagen ziemlich laut brummen, wenn man, äh, irgendwie aus einer bestimmten Entfernung richtig steht und so und wenn, äh, das ist halt so ganz komisch, aber es ist halt, das ist halt, das ist jetzt mittlerweile behoben. Auf jeden Fall zum Metronom noch, äh, auf der Rückfahrt bin ich in den, äh, in den Zug der Ideen geraten. Ja. Ähm, ganz lustig, das ist so, die haben halt irgendwie so ein, ein, äh, eine, eine Garnitur, so heißt das ja bei denen, eine Garnitur, äh, äh, umgebastelt, äh, beklebt und so ein bisschen viel ist da jetzt von Ideen nicht so drin zu sehen, also, ähm, auf den Tischen zum Beispiel, das finde ich lustig, sind so jetzt, äh, so Schachbretter und, ähm, das andere Spiel habe ich leider vergessen, was es war, draufgemacht, konntest, äh, beim, im Snackautomaten, glaube ich, irgendwie für einen Euro, konntest du diese Spielfiguren kaufen, äh, und kannst halt spielen. Aha. Ähm, und, äh, auf der, auf der Toilette spielt, äh, Natur, so Naturgeräusche, Naturlandschaftsgeräusche. Also, ich muss ja mal ernsthaft, hab ich mich ja gefragt, was ist das, Zug der Ideen? Und hab dann, äh, auf diesen Link im Pad geklickt und dann könnte man auf so eine Seite, äh, vom Metronom, der metronom.de slash, was war das? Äh, Zug der Ideen. Zug der Ideen in einem Wort zusammengeschrieben und, äh, ich finde nicht, dass man auf dieser spärlich, äh, befüllten Seite erkennen kann, was das Ding sein soll. Das weißt du auch, wenn du einsteigst, nicht richtig. Du siehst halt nur überall beklebt Zug der Ideen und hier geht's zum Ruhrwagen, hier ist äh, als Stammkunde. Äh, auf der Toilette sind halt irgendwie noch ein bisschen was beklebt, ein bisschen freundlicher alles, wirkt das alles. Äh, im Ruhrwagen, ähm, hast du gedämmtes Licht, farbiges gedämmtes Licht. Ähm, die haben da irgendwie drei, vier Ideen und rufen halt irgendwie die Kunden auf, zu sagen, hier, was wollt ihr noch haben, so ein bisschen, nach dem Motto. Äh, also die haben da nicht groß umgebaut, die Wagen, haben nur ein bisschen Klebefolie eingesetzt und, äh, naja, wobei ich dem Metronom jetzt nicht den schlechtesten, also die sind halt, ähm, von den Privatbahnen jetzt nach dem Motto, naja, wir haben jetzt die Strecke gewonnen, jetzt müssen wir, äh, fahren wir halt und machen halt und müssen halt so Vorschrift nach Dienst, äh, nee, was? Dienst nach Vorschrift. Dienst nach Vorschrift, danke. Sondern die geben sich halt ein bisschen Mühe, sie versuchen es sich Mühe zu geben. Wobei das jetzt auch so ein bisschen wieder Bahnzeug ist und Bahnpolitik, seitdem die gekauft worden sind von den Italienern, ähm, äh, ist der Service auch schlechter geworden und so. Weil vorher hatten die Geschäftsführer, die sie noch eingesetzt haben und so, ah, ist ganz schwierig, aber die sind noch, glaube ich, das sind die wenigen Guten in dem Business. Also, ähm, ich fühle mich grundsätzlich, habe ich mich in noch keiner Privatbahn anständig wohlgefühlt, im Metronom auch nicht und ich will das kurz begründen. Das sind, die, was hier benutzt wird, äh, sind Doppelstockwagen. Genau. Der, äh, von, was ist das? Mh, das sind moderne Wagen sogar. Von Siemens oder was? Äh, oh. Oder ist das Bombardier? Das ist Bombardier. Bombardier, genau, so ist es. Die werden auch als Regionalexpress eingesetzt von der Deutschen Bahn. Genau, auf der anderen X-Linie. Zum Beispiel von Norddeich nach Hannover. Und dann weiter. Ich fahre quasi mit diesem Zugtyp komplett einmal von Norddeich bis nach Göttingen runter. Mit einmal umsteigen, äh, wenn man so will. Die Farbe wechselt sich nur. Genau, die Farbe, äh, ändert sich und in Bremen ist nochmal, ähm, hier, ne? Personalwechsel. Egal. Der, die Züge sind auch, ich meine, das hat ja, das hat ja nichts damit zu tun, wie lang die sind, aber, ähm, die Züge sind auch ungefähr gleich lang. Interessant ist nur, wenn die Tür vom Metronom aufgeht, an irgendeinem Bahnhof, ja, nehmen wir mal Hannover, weil ich den vergleichen kann, weil ich da auch schon mal in einen, ähm, Regionalexpress eingestiegen bin. Also, wenn der Regionalexpress zu spät kommt, kommt er nicht aus der Abstellgruppe, sondern kommt direkt aus Norddeich, fährt ins Gleis, von dem er auch wieder zurückfährt. So. Das ist dann vergleichbar mit dem, was in Hannover passiert. Da hält der, steigen Leute aus, steigen Leute ein. Wenn die Tür aufgeht, beim Regionalexpress steigt man halt ein. Wenn die Tür aufgeht vom Metronom, dann mockt das da erstmal raus und es stinkt so abgestanden und ekelhaft und nach Trockenschweiß und sonst was. Das widert mich jedes Mal an. Okay, das ist mir nicht aufgefallen bisher. Und das ist, das ist, das ist, jedes Mal. Kann sein, dass ich da ein bisschen überempfindlich bin, weil ich mir das mal irgendwann eingebildet hab oder so, aber das, das finde ich echt widerlich. Und der Scheiß-Metronom ist immer, immer zu warm. Okay, aber das ist dann, glaube, das könnte gut sein, dass die verschiedene Klimaanlagen haben. Und deswegen auch, dass es halt mit der Luft so ist. Also was vor allen Dingen im Regionalexpress einfach immer gut geht, zu sagen, ist es zu warm? Dann sagt die, ja, alles klar, hier, mach ich. Und dann gehen die kurz weg und dann knubbern die rum an der Klimaanlage und dann wird es kühler. Oder man sagt, es ist zu kalt, dann machen sie halt, drehen zu halten, ein bisschen runter oder im Winter halt die Heizung ein bisschen auf. Das funktioniert im Regionalexpress super. Im Metronom so, ja, kann ich jetzt nicht machen. Hm. Ja, es ist halt so. Es ist ein warmer Tag. Okay. Aber mir ist das von der Temperatur meistens egal. Okay, das ist ein bisschen unempfindlich. Wobei ich natürlich ein bisschen vermisse die alten N-Wagen, also diese, ach, ich beschreibe es gar nicht. Guckt in Wikipedia nach N-Wagen. Da konntest du ja noch selber als Fahrgast über der Tür den Regler drehen, wie du möchtest. Ja. Wobei das, wobei das gibt man öfters mal Streit gerne mal. Ja. Habe ich ja schon öfters angelegt mit älteren Damen, die unbedingt es nochmal wärmer haben wollten im Sommer. Ähm, die fahren aber noch. Ja, aber nicht mehr bald. Also die werden langsam ausgemustert. Hm. Ähm, weil die werden, die Strecken, wo die noch fahren, werden demnächst ausgeschrieben wieder. Äh, und da verlangt halt die, da verlangt der Besteller halt, äh, neue Wagen. Punkt. Und dann halt kommen die Regionalstrecken werden vom Land ausgeschrieben, ne? Genau. Also in Kombination, äh, meistens ist es halt so, weil die Strecken halt, äh, über mehrere Bundesländer gehen. Oder in Niedersachsen hast ja zwei, äh, Besteller. Hast du ja die Nazis in Braunschweig, äh, und, äh, die, die Landesgesellschaft und so. Und dann hast du, wenn... Was? Was steht eigentlich in so einer Ausschreibung drin? Also, äh, ist das... Im Zweifel bis auf den, äh, auf den, äh, Knopf, äh, vom Mantel des Zuggleiters. Alles durchdeklariert. Ähm, das heißt auch die, die Zuglänge, also die Wagen, äh... Ja. Wobei die meistens davon ein bisschen abhängt, ähm, äh, wie welche Bahnsteige auf der Strecke sind. Das ist ein bisschen ein Problem, hast du, das kurz erläutern, wie so zum Beispiel der Metronom, äh, nicht nach Hamburg durchfährt von Göttingen aus. Tut er manchmal? Äh, tut er manchmal. Äh, das hat mit der Wagenlänge zu tun, weil zwischen Uelzen und Hamburg fährt er mit dem Wagen mehr meistens. Und das ist schon wiederum zu lang für manche, äh, Bahnsteige in Südümer Sachsen. Ah, okay. Das Problem könnte man abstellen, aber dafür müsste man Geld investieren. Und das wollen die nicht. Also... Also nicht, dass nicht mit der Metronom, der Metronom würde das gerne. Aber die haben die Auflage, dass sie zwischen Uelzen und Hamburg mit dem Wagen mehr fahren müssen. Ja. Und deswegen können sie die durchbinden. Ja. Ähm, also sie könnten schon, aber damit würden sie einfach... Genau, gegen die Auflagen. Na, nee, 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 nee. Aber sie könnten halt nicht überall halten. Damit, also das Ding ist ja halt am Wochenende auch ziemlich voll. Damit würden sie alleine schon einfach Fahrgäste... Ja. Na, egal. Das Problem besteht aber auch zwischen Norddeutsch und Hannover, ist halt voll am Wochenende. Gerade im Sommer, wenn Ferien sind oder so, da Freitag und Nachmittag zu fahren und dann auch im Berufsverkehr zu kommen. Also wenn ich hier zum Beispiel um eins losfahre in Göttingen, fährt der Zug nach Norddeutsch in Hannover weiter um vier nach drei. Das heißt, ich kriege schon die ersten Leute, die irgendwie freitags immer bis 15 Uhr oder halb drei oder so arbeiten, die sitzen dann mit im Zug. Dann sind da immer ganz viele Urlauber und so. Ja. Und bis Oldenburg passiert da eigentlich nie eine Entspannung. Ja. Und wenn halt wirklich Sommerferien sind, geht das bis nach Norddeutsch durch, weil die halt alle auf eine Insel fahren. Da ist jetzt vor zwei Jahren ein Wagen angehängt worden. Mhm. Dass das nicht ausreicht, war allen hier Vielfahrern auf der Strecke klar. Weil das ist halt auch schon unter der Woche zu Stoßzeiten einfach in dem Ding immer voll. Mhm. Wem kann man da mal auf den Kopf kacken, dass da mal mehr rankommt? Der LNVG. Also die Landesnahverkehrsgesellschaft. Wobei, da muss man halt gucken, ob da nicht schon wieder die Bahnsteige zu kurz sind am Ende. Aber wenn sie es nicht sind, dann könnte die LNVG sagen, hier, und die Wagen müssen vorhanden sein. Das ist auch die bessere Behördung. Die Bahn ist da so ein bisschen problematisch, weil die sagt, nur das, was wir zugeteilt haben, gehört auch denen. Und die sind halt, es ist halt so ein bisschen, wenn der Wille da ist, geht das auch. Punkt. Und da müssen sie sich halt an den Tisch setzen und da müsste mehr Druck passieren. Was ich jetzt irgendwie nicht verstehe so ein bisschen ist, in Sachen, es gibt ein paar Bahnstrecken, die man reaktivieren könnte und die werden sehr profitabel. Wobei aber hier die niederländische Politik und die LNVG sagt, nö, machen wir nicht. Wo das ganze andere deutschen Bundesländer massiv ausbauen. Welche Strecke? Zum Beispiel in der Grafstadt Bad Bentheim ist eine ziemlich Strecke, die man sofort reaktivieren könnte. Es gibt noch ein paar andere Strecken. Ich habe die nicht leider in dem Kopf alle. Zum Beispiel auch nach Einbeck könnte man verlängern und so ein bisschen. Das wäre alles kostenneutral sogar. Das wollen die halt nicht. Was ich nicht verstehe, weil 2015 geht es um die Neuverteilung der Regionalisierungsmittel. Und alle sagen, jenes Bundesländer, das mehr Zugkilometer hat, kriegt auch mehr Geld. Und das heißt, Mecklenburg-Vorpommern hat irgendwie drei Strecken geaktiviert, hat irgendwo auch Strecken-Halbstundentakt eingeführt, was in hier Sachsen unvorstellbar ist. Und alle anderen Bundesländer rüsten massiv aus. Nur in also immer ungerade, zur ungeraden Stunde und ich glaube 20 Minuten oder so oder 21 Minuten oder 19 irgendwie sowas. Und zur geraden Stunde plus 20 Minuten fährt der aus Hannover nur bis nach Bremen. Warum fährt der nicht durch? Das kann gut sein, dass der Besteller Zugkilometer sparen möchte. Bis Oldenburg ist das Ding aber immer voll. Also zumindest bis Oldenburg könnte er durchfahren. Das kann sein, dass entweder mehrere Faktoren wieder drin sind. Zum Beispiel, dass die Strecke zu voll ist wegen Güterverkehr und anderen Personenverkehr. Da hast du zum Beispiel zwischen Braunschweig und Wolfsburg. Da könntest du eigentlich einen 15-Minuten-Takt fahren. So voll ist der Laden eine ganze Zeit. Geht aber nicht, das ist halt nur ein Gleis. Und da quetscht sich halt Güterverkehr, ICEs durch. Alles quetscht sich da durch. Das ist halt irgendwie rappelvoll. Und wenn die Wendlerschleife zum Beispiel gesperrt ist aus solchen Gründen... Warum baut man dann nicht einfach noch ein zweites und ein drittes Gleis lang? Steht im Bundesverkehrswegeplan seit 20 Jahren drin, aber die Politik gibt kein Geld frei. Aktuell wird ja zwischen Hildesheim und Bauschweig das zweite Gleis gebaut. Und das stand auch seit 20 Jahren im Bundesverkehrswegeplan drin. Ja, genau. Im Zweifel müsste das Land selber Geld in die Hand nehmen. Ja, merkt schon wieder. Hier, Anycast, der Fachpodcast für Recht, Bahn und Moral. Es ist alles sehr schwierig und du hast dann in der Sachsen... Es ist halt... Naja, ich persönlich bin ja dafür, der Bahn die Strecken wegzunehmen, also die Gleise, die Infrastruktur und die Strecken, die nicht vom Fernverkehr betroffen sind, in die Bundesländer zu geben und in deren Hand zu geben. Ähm, weil ich glaube, dann wäre massiver Ausbau könnte passieren. Vielleicht nicht in Niedersachsen, weil in Niedersachsen sind die blind auf den Augen, auf beiden und noch taub und man hat ihnen die Füße und Arme abgehackt. Naja, aber dann müssten die Bundesländer die ja auch ausschreiben. Tun sie doch. Ja, aber nicht im Fernverkehr. Ähm, ne, die Strecken, die ist so im Fernverkehr, die bleiben im Bund. Achso. Es sind halt, ein paar Strecken sind halt so Mischbetrieb, da kann man sich das überlegen, aber die wirklich Hochverkehrsgeschwindigkeitsstrecken, die bleiben natürlich in Bundessache. Ähm, aber, ja, mal schauen. Es ist halt sehr schwierig alles und es ist, ja, es ist, man kann nur kotzen. Und Niedersachsen ist leider so ein bisschen, äh, wo hast du das Problem, dass in Wolfsburg halt ein großer Autokonzern sitzt, der wenig Bock drauf hat, das ist ein guter Zuverkehr. Ich glaube, das ist gar nicht das Problem. Ich glaube, die sind einfach, die haben einfach, die sind, also, wenn man, äh, da mal so diversen Menschen Glauben schenken darf, die im Landtag arbeiten, ähm, auch als Abgeordnete, dann hat man da tatsächlich, äh, besteht die Koalition hier, also schwarz-gelb in Niedersachsen, einfach nur aus Bonzen und anderen Unternehmern und so. Die haben einfach gar kein Auge für öffentlichen, äh, äh, Personenverkehr. Klar. Einfach, das fällt runter. Ich weiß halt nicht, ob das, äh, Abhilfe bringen würde, die abzuwählen. Ich glaube, da gibt's halt, äh, diese, deren, äh, deren, äh, deren Lehmverfahren hat sich einfach mit der durchgewachsen runter. Ich glaub, ich glaub, soweit, ich glaub, soweit, soweit denkt man da gar nicht. Aber ich mag mich auch irren. Ja. War's, war's das mit, mit Dings jetzt? Ja, das war der nicht geplante Exkurs in Sachen Bahn. Ah, ah, dankeschön. Du bist. Äh, ich bin dran. Wie immer. Ach so, ja, ich hab mich ja ein bisschen, Schadenfreude hatte ich ein wenig, deswegen. Aber nur kurz. Nur, wobei, die Schadenfreude hat eine Woche angehalten, dann kam erst das nächste Urteil. Tja. Äh, und zwar, äh, sagt, hat ein, äh, engländisch, 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 ne, engländisch ist das ja falsch, ein, äh, Gericht in, in den United Kingdom, äh, also in England oder in Großbritannien, äh, hat entschieden, dass, äh, Samsung, das, ne, das Apple, eine Anzeige schalten muss, Samsung hat nicht das iPad-Design geklaut. Diese Aussage. Äh, das ist natürlich so ein bisschen, naja, hat so ein bisschen nach der Methode, naja, dann hacken wir dem Dieb halt den Finger ab. Ähm, fand ich einen Tick lustig, weil du hast ja mittlerweile auf der Welt die ganzen Patent-Auseinandersetzungen, die total albern sind. Also, dann, pah, die, 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 die schwarfen alle, ja, der freie Markt, dann regelt das selbe und dann machen die halt so einen Scheiß. Äh, einfach den Wettbewerb zu entscheiden zu lassen, wer der Beste ist. Ähm, auf jeden Fall hat ein UK-Gericht das jetzt entschieden, aber jetzt hat ein anderes Sasser aufgehoben. Ich hab's nicht genau verstanden. Ja, die müssen vorerst, äh, doch keine Werbeanzeigen für Sammlung schalten. In, hab ich bei hier, MacTechnos, äh, verlinken wir, äh, gefunden. Die, ähm, ja, die, es kann, also es dauert jetzt, also es ist wohl erstmal ausgesetzt, es kann halt in ein paar Monaten halt dennoch kommen und dann müssen sie irgendwie mit mindestens Schriftgröße, äh, 14, äh, in, in der Financial Times, Daily Mail und im Guardian, äh, anzeigen, äh, schalten auf einer der ersten sechs Seiten. Aber da kommt's erstmal nicht, zu und wahrscheinlich auch gar nicht, weil was ich jetzt letztens irgendwie gehört hab, äh, haben die wohl, ach, wie war das denn nochmal, hat nämlich der Samsung-Chef seine Engineers angeworfen, äh, also ist jetzt in diesem, in diesem ganzen Prozess, wo natürlich diverse, äh, interne Sachen nach oben gespült werden. Es wird mir rausgekommen, dass der Samsung-Chef seine Engineers angewiesen haben soll, äh, wir wollen ein erfolgreiches Telefon bauen, äh, baut ein Telefon, das, äh, das mehr ist wie ein iPhone. Nachdem die dann irgendwie die erste Iteration da, haben bauen lassen. Und das natürlich, wenn du natürlich deine Leute anweist, sozusagen, so, baue endlich, baue so ein Ding wie das iPhone, dann ist natürlich irgendwie schon klar, dass man sich da was abgeguckt hat. Letztlich guckt natürlich jeder bei jedem ab, und, äh, ist alles ein bisschen lächerlich. Ja, genau. Wobei, es ist so, ich weiß ja lustig, ich sieht Prototypen, die Apple jetzt zeigen musste oder so, äh, die sahen ein bisschen klobig aus, aber. Ja, da war halt alles dabei, ne? Ja. Und hast du das mitgekriegt mit dem, mit dem Sony-Phone? Nee, das habe ich nicht bekommen. Da tauchte auch ein Telefon auf, äh, so ein eckiges, auf dem Sony stand. Bei Apple, was? Ja, genau. Und dann gab es schon, und dann, erst gab es für kurze Zeit Gerüchte, ja, hat, äh, hat Apple das iPhone-Design bei Sony geklaut oder so. Ja, aber Sony hat doch nichts Ähnliches gehabt, oder? Genau, das ist der Witz. Und zwar, und zwar war der Witz, dass, ähm, wer das war, ob das dann auch Steve Jobs war oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall wurde halt, wurde halt das Team angewiesen, baut doch mal, oder das Design-Team angewiesen, baut doch mal ein Telefon, ein, ein cooles Telefon, das Sony herstellen könnte. Oder, oder baut ein, baut ein, ein schickes Telefon in Sony-Bauart. Und das haben die halt so perfekt modelliert und hinten halt auch den Sony-Schriftzug drauf gemalt. ja. Aber es ist halt nur eine interne Sache. Ja, es ist, die haben noch die Idee mit dem iCar und so, ist halt so ein bisschen alles lustig. Ähm, und das war die Geschichte, dass irgendwie Apple irgendwie, äh, so die Sicherheitsvorkehrungen bei Apple sind auch dann fies entstanden mittlerweile. Also, ähm, die positive Seite des ganzen Patentstreites, die da auf der Welt kämpfen, ist halt, dass wir Popcorn-Material haben. Ich würde mal gern, ähm, also es gab mal irgendwie vor Jahren mal eine Studie, die gesagt hat, dass, äh, die, die Kosten, die ein Unternehmen damit hat, Werbung zu schalten, ungefähr so hoch sind, wie das, dass man an Mehreinnahmen durch die Werbung, bekommen hat. Also das ist so ein Nullsummspiel. Mich würde in der Tat mal interessieren, wie das bei diesen Patenten ist. Ob man da, weil man kann ja auch mal so eine, so eine Rechnung versuchen aufzustellen. Ob das nicht vielleicht auch sogar am Ende teurer ist, als, als das es was bringt. Ja. Man weiß es nicht. Ja. Und man sieht es ja auch schon, äh, da sind ja auch die Großen immer so genervt, dass die sich dann teilweise Patente zusammenkaufen und dann zusammen einen Pott schmeißen und sagen so, wir, äh, benutzen die jetzt alle untereinander, äh, lizenzfrei sozusagen. Genau. Und, äh, ja, und jeder gibt ein bisschen, was er hat. Das ist ja alles, man merkt ja schon, dass das eigentliche System, äh, was man damit nämlich vorhatte, sozusagen, brillante Köpfe, äh, erst mal für ein paar Jahre zu schützen, dass die ihre Idee erst mal, zu Geld machen können, dass das halt absolut nicht mehr... Ja, wobei auch Apple auch alles irgendwie, oder die Unternehmen, beziehungsweise alles Mögliche patentieren von richtigen Kästen, die irgendwie wie... Ja, ja, klar. Äh, also die, äh, die Gestaltelemente, das ist halt irgendwie... Wobei ich lustig fand, dass Samsung dann so als Beweismittel, ähm, aus irgendeiner Sci-Fi-Serie, äh, ein Gerät zeigen wollte und sagen, das Tablets sahen schon vor 60 Jahren so aus, wie sie aussehen heute. Ja, das ist, ja, also ich meine, da kann man natürlich immer auf jeden Scheiß kommen. Guck, man kann, man hätte ja auch einfach sagen können, das ist so ein Buch, das ist doch ein Buch mit, also ein Elektronikbuch, das ist doch egal. Denn es, wir müssen uns mal beeilen, denn du weißt, in drei Stunden rennt Usain Bolt um sein Leben. Achso. Also um, äh, für ganz viel Geld. Äh, Olympische Spiele in London. Genau. Ich hab ja gelernt, dass Olympia, äh, dass die Phase ist, zwischen den Spielen. Ja, das ist die Olympiade. Olympiade, genau. Olympiade und die Olympischen Spiele sind quasi die Spiele selber. Genau. Aber es ist halt auch, wobei ich ja diese ganze Sache jetzt, also ich hab ein bisschen geguckt, ich hab Tontau umschießen geguckt, der Frauen, fand das irgendwie ein wenig beeindruckend, hatte ein wenig Angst, aber sonst, äh, hab ich an Olympia nicht viel geguckt bisher. Äh, Tontau umschießen hab ich auch geguckt. Hast du diese Amerikanerin gesehen? Äh, äh, da hat eine Kalifornierin irgendwie Gold gewonnen, und die hat irgendwie bei, knapp 100 Schüssen, Weltrekord, die hat jetzt einen Weltrekord aufgestellt. Hat die halt zwei Fehler, zweimal daneben, einmal daneben, genau, 99, von 100, ja. nee, 98 von 99, sowas, glaub ich. Nee, nee, 99 von 100. Oder sowas, ja. Aber die hat Weltrekord damit aufgestellt. Und das fand ich, wow. Äh, die war total, vor allem total krass. Ja. Äh, auch allein schon, wie die aussah. Ja. Ja, egal. Äh, wobei ich Olympia, fand ich richtig gucke, weil ich das alles für eine kommerzielle Scheiße halte mittlerweile. Ja, warte mal, lass uns erstmal kurz über die, über die Frau sprechen. Also das war, man, die kam aus Kalifornien, haben sie dann eben gesagt. Und, ich hab, aber aus wie so eine, wie so eine Proto-Texanerin, weißt du, irgendwie so fette, fette Flieger, Sonnenbrille auf. Und dann hat die da gesessen und ihr, ihre Knarre, also ihr, ihr, ja, was war das, ihr Gewehr, ja, immer so auf ihren Bauch abgestellt, der so ein bisschen hervorragte. Und du hast ihr halt abgenommen, dass die auf alles schießt. Und, jetzt kommt noch der Hammer, weißt du, warum das überhaupt Tontauben schießen heißt? Es heißt ja, es heißt nicht Tontauben schießen, es heißt Wurfscheiben schießen. Genau. Offiziell. Ja, Aber erst Tontauben, ja. Wieso? Früher hat man auf Tauben geschossen. Natürlich hat man auf Tauben geschossen. Das find ich total krass. Ja. Das hab ich jetzt irgendwie dieses Jahr erst erfahren. Und dann haben sie das nämlich ausgetauscht und haben das dann Tontauben genannt. Ja. Unfassbar. Hier bekommen wir gerade im Chat einen Link hereingereicht. Ja. Da ist sie nämlich. Skeet-Shooting. Genau. Kim Rode. Kim Rode. Rode. Nicht mit I. Das ist kein I. Hä? Das ist so ein E. Ja, aber okay, okay, okay. Ich sag nichts. Du sagst nichts. Was denn? Ja, ich bin verwirrt. Ja, das glaube ich auch. Ja, also wie gesagt, ich halte, wobei die Olympische Spiele vielleicht jetzt aber das IOC dahinter, das ist halt irgendwie so eine Nazi-Verbrecher, kommerzielle Nazi-Bande. Ja, das ist doch klar. Und deswegen hab ich da aufgehört, dass ich mich da, also wenn ich schon sehe, dass die da eine WLAN-Polizei haben, irgendwie so echt, Leute. Ernsthaft. Ich hab da ja, ich hab mich ja auch immer tierisch aufgeregt die letzten Jahre, auch gerade bei großen Fußball-Sachen. Und ich war ja einer von den wenigen Glücklichen, die auch in 2006 bei der Weltmeisterschaft in Deutschland Karten hatten. Meine Mutter und ich in der zweiten oder dritten Runde haben wir dann Karten für ein Spiel in Hamburg bekommen. Argentinien gegen Elfenbeinküste. Ich fand das beste Vorrundenspiel. Egal. Ja, schön und sich spannend an, weil es halt so südamerikanischer Fußball versus afrikanischer Fußball ist. Ja, genau. Das war auch echt ganz, das fand ich sehr schön. Die Stimmung war angenehm. Ist aber jetzt völlig egal. Das war da halt schon total krass, weil es gab halt irgendwie nur Coca-Cola-Produkte. und Budweiser, glaube ich. Also Budweiser heißt es ja, ist ja tschechisch. Und das war irgendwie schon, also da hatte man schon so krasse Reglementierungen. Und das ist ja überall so. Das ist ja dann, durften auch die Busse 2006, da war glaube ich Hyundai der Sponsor. und der DFB hatte aber einen Teambus von Mercedes-Benz. Deshalb, da musste aber alles, was nach diesem Stern aussah, musste verklebt werden und mit Hyundai-Aufklebern überklebt werden und so. Völlig Banane. Ja. Aber irgendwann habe ich mir, ich weiß gar nicht wann, es kann 2010 gewesen sein, bei der Önstenschaft habe ich mir gedacht, weißt du was, scheiß einfach drauf. Das nimmst du jetzt hin, denkst du gar nicht mehr darüber nach. Sondern du genießt einfach den Sport, wo du kannst. Und das habe ich jetzt diesmal bei der EM auch gemacht. Das habe ich jetzt bei der Olympischen Spiele, mache ich das genauso. Ja. Ja, also ich sehe halt nur, dann hast du so tausendseitige Regelwerke und so einen Scheiß und auch die Social-Media-Regeln durch den Motto, ja, es ist alles, also es ist halt sehr, also ich glaube, der Gedanke, der dahinter steht und bei der Impillade, dass das schon lange verloren gegangen ist. Das siehst du halt irgendwie. Ja, das ist natürlich, das ist kein Sport, also es ist schon ein Sportgroßereignis, aber das ist halt eine Show. Ja. Und da geht es darum, Geld zu verdienen. Und das kann der IOC sich auch mal eingestehen. Ja, wenn sie wenigstens ehrlich werden. Ja, das ist genauso wie Bundesliga. Natürlich ist das Fußball, auch auf hohem Niveau, aber das ist, die wollen damit Geld verdienen, Alter. Und das ist halt, das sollen sie halt auch sagen. Wobei ich dann, ich weiß nicht, das Gesetz kennst du vermutlich, das Gesetz zum Schutz des olympischen Emblems und der olympischen Bezeichnungen. Was? Ja, habe ich verlinkt im Pet. Das Gesetz zum Schutz des olympischen Emblems und des olympischen Bezeichnungen. Und zwar, das Logo, das wäre sonst jetzt gemeinfrei. Und das könnte jeder benutzen. Ah. Und das hat die IOC, hat das gesagt, Länder, die hier teilnehmen müssen, müssen so ein Gesetz erlassen, um es zu schützen. Ach was. Ja, und um die Bewerbung von Leipzig, meine ich, zu schützen, wurde das Gesetz erlassen. Und das ist ein Einzelfallgesetz, was vermutlich verfassungs, was ein Gericht gesagt hat, verfassungswidrig ist, aber das, ähm, das deutsche Komitee für Olympia, äh, hat das nicht weiterverfolgt, weil sie wollten unbedingt vermeiden, dass es zu einer Entscheidung von einem, äh, höheren Gericht kommt, weil das Gesetz ist mit aller Wahrscheinlichkeit verfassungswidrig. Tja, das ist ein Einzelfallgesetz. Ja, und, ähm, das merkst du halt schon, ähm, das merkst du auch in London, wo irgendwie die halbe Verkehrsführung aufgebohrt worden ist, weil das IOC sagt, es müssen extra olympische Straßen geben. Vor allem, das war in Peking so und das war in London jetzt so und so. Vor allem richtig krass, finde ich ja mal, dass du halt auch in der Nähe der Sportstätten keine anderen Sachen als von den Sponsoren verkaufen darfst. Da mussten dann, äh, teilweise irgendwelche komischen Einheimischen, Indischen, hier Indischen und, äh, Pakistanischen und sonst was Imbissbesitzer einfach zumachen. Ja, es ist halt... Die Zeit. Und das finde ich, das ist halt schon echt krass. Ich meine, sowas würde in Deutschland nicht gehen, weil das gibt einfach das Recht nicht her. Naja, das ist ja mit dem Gesetz, dass die schon das versuchen. Nö, aber das ist einfach, das ist so evident rechtswidrig, das funktioniert nicht. Ähm, da musst du, da musst du schon irgendeine Verbindung zu dem Laden haben, wo der eingemietet ist oder so, dass du dir da irgendwie für die Zeit rauchschmeißt oder keine Ahnung was. Aber so einfach geht das nicht. Du kannst nicht von außen... Das ist ja, also wenn wir uns jetzt sagen würden, keine Ahnung, hier du darfst jetzt diesen Raum hier in meiner Wohnung untermieten, darfst du deine dennes-olympischen Spiele machen und dann verbietest du den Bäcker gegenüber Brötchen zu verkaufen, weil du hier deine polnischen Knorpelwürste an den Mann bringen möchtest. Da hat der Bäcker natürlich nichts mehr zu tun und deshalb wird er dir auch völlig zu Recht einen Vogel zeigen. Aber du merkst halt, dass das IOC da sich da halt benimmt halt wie, das hat die dicksten Eier und wenn ihr nicht wollt, dann habt ihr keine Löhne-Libriade, Punkt. Und das ist halt so Erpressung. Und das ist Erpressung und da bin ich eigentlich dafür, dem IOC da einfach die Klemmschrauben an die Roden dran zu legen. Ja, wie soll man das denn machen? Die sagen einfach, machst du halt nicht mit und da wird doch eh wieder eingeknickt. Also das funktioniert nicht. Lass sie einfach machen, ist doch egal. Aber ich, also deswegen bin ich lieber, anstatt zu sagen, machen wir in Deutschland keine Löhne-Libriade-Spiele mehr, weil wir uns diesen Regeln nicht unterwerfen werden, Punkt. Also ich finde von der Politik, das gibt's nicht. Das ist viel zu, das ist viel zu, Prestige? Genau. Aber das Gesetz gibt es immer noch und das wird auch gerne vom, ich weiß jetzt nicht, DOSB heißt die hier, der Laden, das deutsche NOK, also National-Olympiakomitee. NSDOSB heißt der. Achso, die benennen sich auch regelmäßig um. Nein, der heißt DOSB, der heißt aber jetzt NSDOSB. Ah, okay. Und das Gesetz wird von denen auch radikal angewendet, das heißt, die mahnen regelmäßig gerne ab. Die Frage ist natürlich, warum lässt es mal nicht einer drauf ankommen und klagt sich einfach mal durch? Finanzielle Sachen. Da müsste man mal einen ordentlichen Beistand geben oder ordentlich Kohle geben, um sich da. Ja, also wenn jemand mal, also ne, diese Löhnerschaft. Wenn jemand Geld hat, schaltet in eine Anzeige mit den Olympischen Ringen und sagt, fickt euch, so rüber, so und, und zieht das durch bitte bis zum Bundesverfassungsgericht. Ja. Also ihr braucht erstmal, um halt bis zum BGH irgendwie durchzukommen, rechnet mal so mit 50.000, 60.000 Euro, die ihr dann in Sand werdet setzen müssen und dann holt euch nochmal einen ordentlichen Anwalt und einen meinetwegen Verfassungsrechtler dazu, der euch dann vor dem Bundesverfassungsgericht vertritt und dann zahlt ihr dem auch nochmal eine Stange Geld und dann seid ihr, ich glaube, 100.000 Euro ist man dabei und am Ende gewinnt man auch wahrscheinlich und kann dann ein Buch schreiben oder so. Das ist eine Investition in eure Zukunft und ihr dürft natürlich jederzeit und Sportfunktionäre an den Beinpissen finde ich immer noch live hier im Anycast berichten. Genau. Ja. Apostel, wenn wir jetzt schon bei Nazi-Organisationen sind. Bei der Überleitung. Ich finde gut, ich halte das ja. Sportfunktionäre sind halt irgendwie. Ich mache da auch ein eigenes Kapitel jetzt raus und nenne das. Ah. Kannst du den Namen aussprechen? Dragilla? Dragilla heißt sie. Dragilla. Okay. Und zwar, deren Freund, Mann, ist die verheiratet? Weiß ich gar nicht. Auch egal. Deren Anhang, ihre Fick-Partnerschaft, der ist NPD-Kader. Ja. Und zwar fieser. Der ist in der Kameradschaft und so. Ja, der ist da ein großer, vor allen Dingen ist da auch eine große Nummer da in hier. Wie nennt sich das? Meck Pomm, Rostock oder so, wo die hier kommt. Genau. Und die tut jetzt so, als, oh, damit hab ich doch, oh, das wusste ich ja nicht. Nee, nee, das sagt sie nicht. Sie wusste das, das belastet unsere Beziehung und ich hab damit nichts zu tun. Das war ihre Ausrede. Aber was sollst du mit dem Ficken? Ja, also, jemand, jemand, der in seinem, in seinem nächsten, in seinem allernächsten Umfeld Leute nicht nur duldet, die irgendwie NPD-Mitglied sind oder so. Nein, er war Direktkandidat in dem Wahlkreis da von der NPD. Er ist eine der größten Nummern in diesem ganzen Kameradschaftsding in ganz, in ganz Meck Pomm. Jemand, der solche Menschen in seinem Umfeld duldet, dem, der unterstützt die Quatsch. Da unterstelle ich zumindest, dass er, oder in diesem Falle sie, äh, gar nicht so schlecht findet. Nö, dass dem das einfach egal ist. Und Leuten, denen egal ist, dass hier Nazis rumlaufen, die haben unser Land einfach nicht bei ländischen Spielen zu repräsentieren. Ja, ja, so in etwa. Wobei ich noch weitergehen würde, dass eigentlich die größten Mithelfer Nazis sind halt die, die Untätigen. Ja, das kann man natürlich auch machen, aber ich will das nur erst mal, äh, ja, versuchen, so seicht zu formulieren, wie es nur geht. Nö, nö, die musst du hart angehen, die, die, nein, ich, nein, ich versuche, du kannst dich ja nicht hier hinstellen und sagen, ja, tue ich doch gar nicht. Ja, aber die, die Frau ist so, die musstest du schon, das ist das zweite Mal, dass die, ja, ich weiß doch, ich weiß, was du meinst. Ich will nur, die wurde man, musste man zur Rede stellen, bevor die Farbe bekennt hat. Ich bin noch, ja, ich bin noch ganz bei dir. Ich sage nur, man muss, wenn man, wenn man so seicht versucht, zu argumentieren, wie man kann, und ihr noch möglichst, äh, rhetorisch sozusagen, alle Chancen irgendwie einrechnen, äh, versucht einzurechnen, alles, was sie irgendwie gut gemacht hat, noch zu beachten, ja, wie zum Beispiel, dass sie ja angeblich ihn zur Rede gestellt hätte, oder sonst was, und keine Ahnung was. Selbst wenn man, selbst wenn man, so positiv mit ihr umgeht, wie man nur kann, hat man die Frau trotzdem, nicht mitzunehmen. Genau. Das, das sage ich, und deshalb, äh, ist das, das finde ich noch wesentlich, wesentlich, also ich finde das überzeugender, als von vornherein zu sagen, ne, hier, Nazi-Braut nach Hause. Okay. Ja, aber. Das ist wasserdichter, das ist so, Nazi-Braut nach Hause, könnte man, das stimmt natürlich. Ja. Das ist eine Nazi-Braut nach Hause, ja, ist völlig richtig, und das schreibe ich auch. Aber ist, glaube ich, nicht so elegant, als wenn man irgendwie vernünftig versucht, das, Ja, aber ich bin eh für die groben Klötter da. Und, ne, aber die Frau ist halt irgendwie, ähm, die wurde ja aus dem, die ist ja freiwillig aus dem Polizeidienst gegangen, aber. Man hat ihr die Möglichkeit gelassen, freiwillig auszuscheiden, ansonsten hätte man sie rausgeschmissen. Ja. Aber auch erst nach einem fiesen, also das, was man liest, so an einem sehr harten Gespräch. Ja, ja, ja. Und, ähm, also die Frau hat's scheinbar nicht kapiert, meine ich. Und das ist der nächste Punkt, alle wussten davon. Ja. Also, ne, der Café-Innenminister von, von, äh, McPom, der hat das Gespräch persönlich geführt, wenn ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Der war Innenminister richtig, ja. Ja, ja, ist er immer noch. Nee. Doch, klar. Mit Lover Pommern ist doch, äh, Ach, immer noch, oh, sehr große Koalition. Okay, ja, sorry. Äh, mit Schleswig-Holstein verwechseln, sorry. Ja, also, ähm, der hat's persönlich geführt, wenn ich's richtig in Erinnerung hab. Das heißt, der wusste davon, der, ähm, der, 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 der Ruderverein wusste davon? Genau, der Ruderverein wusste davon. Ähm, es war eigentlich ein offenes, offenes Ding. Ich meine auch, dass der, äh, dass das Bundesinnenministerium informiert war. Lustig ist jetzt, man hört übrigens, dass sie jetzt wohl zur Bundeswehr geht? Oh. Das ist unfassbar, ne? Oh Gott. Ähm, ja, aber das, also muss man, kurz, kurzer Einwurf, ähm, das deutsche, die deutsche, äh, Sportleistung funktioniert nur deswegen, weil wir die, glaube ich, irgendwie 70 Prozent der Leute sind Polizei, Zöllner oder Soldaten. Ja, ja, klar. Das, deswegen funktioniert das deutsche, äh, System nur. Ja, logisch. Äh, sonst würde das nicht klappen. Ja, und deswegen will ich mich eigentlich für einstellen. Das ist verschwendetes Geld, ehrlich gesagt. Was? Die Sportförderung? Warum das denn? Ich sehe da keinen Grund. Also wenn ich da schon lese, dass die so, so Abvereinbarungen machen und so und das Medaillen, das dient nur noch dazu, irgendwie sich die, die Eier zu lecken, weil wir ganz groß sind nach dem Motto. Und das ist kein, kein richtiger Sport mehr. Das ist doch Sport. Nein, das ist nur noch, da oben geht, dass man, wir sind die Größten im Laden, so nach dem Motto. Ja, das ist doch Sport. Nicht wirklich. Wie, natürlich? Nicht wirklich. Nicht, nicht so auf die Art. Nicht nach meinem Verständnis von Sport. Sondern, was ist denn dein Verständnis von Sport? Ehrlicher Wettkampf und nicht so. Es gibt keine Verlierer. Wir haben alle gewonnen. Ja. Oh, das ist, das ist aber schön, das ist aber schön, wie du die Kegel auf der Nachbarbahn umgeschmissen hast. Das ist doch, die Definition von Sport ist doch der Wettkampf. Ja, aber nicht so. Wie nicht so? Wie denn dann? Anders. Schlechter? Nein. Oder was? Nein. Wie denn anders? Also einer gewinnt, das ist doch der Witz. Ja, aber die, die dienen nur dazu irgendwie sich, äh, ach ja, egal. Das ist halt eine Prestigesache, klar. Ja, und das finde ich albern. Man, Sport soll man fördern, ja. Aber warum darf man nicht? Ne, man darf Sport fördern, weil Sport ist wichtig, es tut den Menschen gut, aber nicht dazu nehmen, um sich dann alle vier Jahre so eine Goldmedaille machen. Also redest du nicht von der Sportförderung, sondern von der Spitzensportförderung? Die ganze Zeit, aber okay, das war falsch. Naja, es gibt ja auch eine Breitensportförderung. Ja, genau, die finde ich, das ist alles in Ordnung, aber mir geht es ja jetzt um die Spitzensportler. Es geht nur darum, sich ein paar Goldmedaille um den Hals zu hängen und das finde ich albern. Aber, was man auch sagen muss, äh, ohne Spitzensport, keinen Breitensport. Meinst du? Nein. Warst du mal in einem Sportverein? Nein. Okay. Doch, 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 ich war Judo. Judo. Zwei Jahre lang. Warum hast du angefangen Judo zu machen? Weil es Trend war. Warum war es Trend? Weil es alle gemacht haben. Ach. Nein, ich weiß es nicht. Es war ernsthaft. Schrei mich nicht so an, ich sitze einen Meter von dir entfernt. Ja, und? Also, warum fangen kleine Jungs an, Fußball zu spielen? Weil es toll ist? Na, weil sie im Fernsehen ihren großen Fußballidolen nacheifern. Meinst du? Ja, sicher. Okay. Also, ich glaube, ich glaube, man kann das nicht so, so einfach, äh, damit abbügeln zu sagen, naja, das ist halt irgendwie Geldmacherei. Ich glaube schon, das hat auch eine, eine Außenwerte. Also, ist es natürlich, das ist ein Geschäft, ganz klar. Was denn? Ich habe nur gerade gelesen, dass er Kaffee mich ganz doll liebt. Ja, das ist richtig. Grüße nach Matt Pom. Der hat, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Verdammig. Ach genau, so. Es gibt einfach auch noch Vorteile, die so ein Spitzensport hat, die man nicht irgendwie in Geld ausdrücken kann oder irgendwie in sonstigen, sonstigen Prestige oder so. So eine gesellschaftliche Funktion. Ja, genau. Also jetzt, ich will nicht, ich bin, ich bin absolut kein Freund von Elitenförderung, ne, absolut, und, und glaube nicht, so wie andere, äh, Parteien zum Beispiel, dass das irgendwie das Allheilmittel ist. Hauptsache, wir haben zwei richtig gute, dann macht's auch nicht, dass der Rest Analphabeten sind, so. Sondern, ähm, man braucht schon einen anständigen Breitensport, aber ich glaube, dass man den Breitensport auch, auch fördern kann, damit, indirekt damit fördern kann, dass du einen anständigen Spitzensport hast, an dem sich Leute auch messen können, auch wenn nur ideell, indem sie ins Stadion gehen oder sonst wie sich davon angesport fühlen. Ja, okay. Joggen ist, jetzt wird hier noch gesagt, alleine, alleine Joggen ist kein Wettkampf und trotzdem Sport. Ja, natürlich, aber, ähm, ja, man kann auch mit sich selber Wettkämpfe haben. Also, wenn ich laufen gehe zum Beispiel, dann schaue ich immer, wie war ich im Vergleich zum letzten Mal. Ich bin auch, das ist ein, bei mir ist es auch ein Wettkampf gegen mein eigenes Leben. Man kann das auch, man muss das auch nicht Wettkampf nennen, das klingt auch vielleicht so neoliberal, wir nennen, nennen wir es doch einfach, äh, Leistung ist immer neoliberal. Nee, das muss ja nicht sein, aber nennen wir es doch nicht Wettkampf, sondern nennen wir es Spiel. Ja, okay. Das ist doch, wir spielen ja auch nicht mal Mau und sagen nach, ach, jetzt haben wir hier da zwei Karten auf der Hand, weißt du was? Ja, Wettkampf ist nach, ich schwitze auch schon, lass es mal aufhören. Ja, Wettkampf ist nach erzogen so ein bisschen, ist ja okay. Äh, ich glaube, dass halt so ein bisschen alles, äh, Hä? Okay. Habe ich das nicht erzählt? Nee. Äh, im Chat wird gerade eingeworfen, äh, ob, äh, Renke noch laufen kann, weil seine Schuhe entzockt wurden. Ich frage mich gerade so ein bisschen, welche Schuhe? Ja. Ich habe mir, also, draußen stehen viele Schuhe. Tourenschuhe von mir. Die habe ich, glaube ich, seit der siebten oder achten Klasse. Und das sind auch nur so ganz, die, sie sind nicht wie ich hoch, die sind nicht bis zum Knöchel und wenn man dann irgendwie laufen gehen will, möchte man dann schon irgendwie Schuhe haben, die ein bisschen höher sind, damit man dann einigermaßen stabil dran steht und so weiter und so fort, bla bla. Und ich habe gedacht, die sind auch so abgelaufen, schmeiß die mal weg, kauf die mal einfach neu. Und da habe ich mir einfach irgendwann einfach mal neue, äh, äh, Sportschuhe geholt, die halt man auch anständig zum Laufen draußen verwenden kann. Also, Joggen. Wir reden hier vom Joggen. Ähm. Kein Nordic Stalking? Bist du noch nicht so weit? Ah. Ah, das tut so weh. Also. Und damit bin ich dann gelaufen. So wie man das macht. Eines guten Tages kommt hier, äh, die Frau, die hier in dem anderen Zimmer nebenan wohnt, die Chefredakteurin, die Chefredakteurin und sagt, ja, hier, was eigentlich mit den Schuhen da, weil ich hatte nämlich gerade einen Sack für die Altkleidersammlung gepackt, weil ich gedacht habe, ich muss die mal irgendwie ausmissen und viele Sachen trage ich sowieso nicht. Was denn mit den Schuhen? Kann man da nicht auch welche von wegbringen? Und ich habe gesagt, ja, klar. Zwei, drei Wochen später packt mich mal wieder die Lust, ich möchte jetzt mal wieder Joggen gehen. Ja. Meine Schuhe sind weg. Ja. Wir wissen nicht, was damit passiert ist. Ja. Ich habe keinen Beweis, dass die wirklich in der Altkleidersammlung gelandet sind. Aber es liegt schon nah. Ich weiß, dass ich mit den Schuhen auch mal in Ostfriesland war. Okay. Und die mitgenommen habe, weil ich wusste, ich bin jetzt zwei Wochen in Ostfriesland und habe mich viel zu tun. Das war letzten Sommer übrigens so, ich glaube, August oder September und bin dann da einfach laufen gegangen und dafür habe ich dann meine Schuhe mitgenommen. Ich habe sie aber hier wieder mit hergenommen. Das weiß ich deshalb, weil sich in Neuschow keine Laufschuhe von mir befinden und zwar da, wo überall Schuhe sein könnten. Und weil ich die Schuhe generell da immer an einen bestimmten Ort stelle, weiß ich auch, dass sie nirgends anders sein könnten. Beziehungsweise, wenn ich sie woanders hingestellt hätte, würde meine Oma sie an den richtigen Platz bringen. Ja. Weil die das nicht ertragen kann, wenn Dinge nicht an ihrem Platz sind. Mir fehlen jetzt also Schuhe. Oh. Ja, und jetzt laufe ich in in alten Schuhen, die ich noch gefunden habe. Das sind aber eher so Basketballschuhe und zum Laufen nicht so angenehm. Ja. Ich müsste auch langsam anfangen mit Sport. Vielleicht überwinde ich mich ernsthaft, irgendwann mit dem Kickboxen anzufangen, was mir immer wieder... Weil... Ich bin kein guter Schwimmen. Okay, das ist kein Argument. Das kann ja nicht sein. Ja, ich kann gerade sagen. Äh, aber ich... Was? Tennis? Ich bin ja ein guter Tennisspieler. Wie oft hast du schon Tennis gespielt? Oder noch nie? Ja, ja. Ich bin kein... Ich mag keinen Sport. Für mich... Also, ich bin leider so ein bisschen... Faul? Ja, auch. Ja. Aber ich bin... Ich brauche in einer Tätigkeit etwas Sinnvolles. Das heißt, zum Bäcker gehen oder zum Bäcker laufen oder so. Kein Problem, weil es hat ja ein Ziel. Aber sinnlos um den See herumlaufen erscheint für mich nicht... Hau nicht ständig gegen das Mikro. Es gehört nicht dir. Ja, ich weiß. Ich will es nicht kaputt machen. Auf jeden Fall, das erscheint mir um so einen See zu laufen irgendwie nicht sinnbringend. Aber ich bin da eingeschränkt in so einen Dingen halt. Also Sport, der Sinn macht. Das heißt, Fahrrad fahren, weil ich irgendwo hin muss. Ja, super. Aber einfach so aufs Fahrrad steigen, nö. Klappt nicht. Dann hast du doch sicherlich die vorletzte Folge der Wikigigs gehört. Wir machen hier ständig Wikigigs-Werbung. Gamification. Ja, ich habe... Muss ich am so ausprobieren? Ich kaufe mir jetzt... Fürs Windows Phone gibt es Zombie One. Ja. Will ich ausprobieren demnächst. Ähm... Ich hoffe, das funktioniert. Ich glaube es. Wie, ich hoffe, das funktioniert? Hä? Nein, ich werde es ausprobieren. Ich hoffe, es nützt, also es reizt mich mehr dazu zu machen. Also es spornt mich mehr an. Daraus hoffe ich. Also was ich gemerkt habe ist, oder was ich mir irgendwie so, äh, was ich so gelernt habe, ist glaube ich die bessere Formulierung. Wenn man irgendwie Sport machen geht, dann muss das nicht ein Ziel haben. Ich kann das nachvollziehen, was du meinst. Dass man auch sagt, zum Beispiel, keine Ahnung, wir setzen uns jetzt ein Zeitlimit und spielen so lange Fußball und wer am Ende die Massen-Torrat hat gewonnen oder wir spielen jetzt Tischtennis oder Tennis oder so, weil da hat man ja, das ist ja, da weiß man ja, das endet irgendwann und dann hat man ja zumindest sozusagen irgendwas abgeschlossen. Aber laufen kann man ja einfach immer weiter. Ich höre einfach währenddessen Podcasts. Und und dann stelle ich mir immer nur vor, wenn ich denke, naja, willst du jetzt noch weitergehen? ist auch schon ein bisschen, kannst du auch jetzt nach Hause und so. Dann denke ich einfach, naja, was würde ich denn zu Hause machen, wenn ich den Podcast hören würde? Dann würde ich da auch nur rumstehen oder rumsitzen. Ich würde vielleicht, okay, ich würde vielleicht die Spülmaschine aus und wieder einräumen. Aber das war es dann auch. Und dann denke ich mir, laufe ich halt einfach noch weiter, solange wie ich den Podcast ertragen kann. Und zur Not, man muss ja nicht, man muss ja nicht immer, immer irgendwie schnell rennen oder so. Das, wenn man nicht mehr kann, kann man ja auch ruhig noch fünf Kilometer spazieren. Das ist ja auch Sport. Das ist natürlich irgendwie nicht so effektiv, aber man bewegt sich ja immerhin und frisst während der Zeit keine fettigen Schokoriegel frittiert. Hast du schon mal frittierten Schokoriegel gegessen? Ja. Ich noch nicht, muss ich mal machen. Wir haben den selber frittiert hier. Wie kommt man eigentlich auf die Idee? Einfach nur so aus der Laune und sagt, boah, ich frittiere jetzt einen Schokoriegel. Ja, ich hatte mal im Fernsehen gesehen. Ach so, okay. Und dann haben wir mal so Teig angerührt und dann haben wir das Thema einfach frittiert. Das war eigentlich ganz lecker. Also ich habe nur bisher, was ich gesehen habe, frittierte Twinkies. Die sind doch sowieso schon frittiert. Ja, aber nochmal frittiert. Ja. Apropos, das erinnert mich an den Postillion-Artikel gerade. Hast du den gelesen? Dicker Mann auf Super und hört sich über schlechte Leistung deutscher Athleten bei Olympia. Ja, das, ja. Ich dachte, die hätten von dir ein Feature gemacht. Ja, dachte ich auch. Aber ich habe Olympia nicht geguckt. Ja, stimmt auch wieder. Wir sollten mal fortschreiten im Dings hier, weil, wie jeder weiß, in zweieinhalb Stunden läuft Usain Bolt um die Goldmedaille im 200-Meter-Laufen. Wir sind schon wieder bei Olympia. Nein, nein, stopp, stopp. Der will einfach nur nicht. Ich habe auf Twitter vorhin geschrieben, das wird eine Drei-Stunden-Sendung und der versucht, das unter drei Stunden zu drücken. Ich kenne dich. Das ist richtig. Ja. Das ist eine Verschwörung. Das ist immer eine Verschwörung. Haben wir sonst noch Sachen zu sagen zu Olympia? Das, was ich mir aufgeschrieben habe, war eigentlich nicht. Einzig noch, es gibt einen ganz tollen Kommentar, der ist gleichzeitig bei Frankfurter Rundschau und bei der Berliner Zeitung, weil es einer der beladen ist. Auf jeden Fall kein Mitleid für die Nazi-Braut. Und der ist ziemlich hart, aber ich glaube, der ist, ich wollte jetzt nicht gerecht sagen, sondern der ist gut. Hart und gut. Recht und Ordnung. So nach dem Motto. Ja, du bist hier schon der Otto Schilly des Göttinger Podcast-Clusters. Law and Order. Ja. Hast du das letztens gelesen, dass der Oppermann sich Otto Schilly als Vorbild genommen hat? Ich weiß noch nicht, ich weiß noch nicht, wie man Menschen, also, wie groß muss die Öffnung im Kopf von Thomas Oppermann sein, dass man so gewaltige Mengen Scheiße hinein, also weißt du? Ja. Dass man dem so ins Hirn scheißen kann. So massiv. Und unfassbar. Ja. Und der war ja schon, das muss man sich ja auch mal vorstellen, der war ja auch nie jung. Der hat sich ja schon, als er hier im Aster war, geweigert, mit diesen ganzen Linksterroristen zusammenzuarbeiten. Ernsthaft? Ja, ja. Der war auch nie jung. Das ist eben Gegensatz zu Otto Schilly, der hat ja mal Krawall gemacht. Ja, ich weiß auch nicht, was ich da dann schlimmer finden soll. Dass man dann so asozial wird oder dass man einfach immer schon so asozial war. Ist halt die Gefahr, ob wir auch irgendwann mal so asozial werden. Quatsch. Also ich könnte mir vorstellen, so als konservativer Sack. Du, du hast ja jetzt auch schon so eine konservative Ader an dir. Ich bin konservativ, aber an bestimmten Dingen. Das ist aber wahrscheinlich mein katholisches Weltbild. Ja. Ehe zum Beispiel. Ja. So. Wo sind wir denn jetzt? Ah, wenn wir schon mal konservativen Dreckssäcken sind. Ja, bitte. Ja, wir haben ja das Problembärchen. Ich habe das gelesen, denn beim Freitag, die nennen ihn im Ministerium Problembärchen, also Bärchen nennen sie ihn, weil er so sanft drauf ist. Und daraus hat der Freitag das Problembärchen gemacht. Und zwar, es geht um Hans-Peter Dumpfbacke Friedrich. I.M. Friedrich. I.M. Friedrich, genau. Der Typ ist ja durch. Also der ist durch und doof gleichzeitig. Auch eine schöne Kombination. Also der rallt einfach nix. Und dazu ist er einfach noch einfach durch. Verrückt und bekloppt. Was ich damit sagen möchte, er hat Scheiße angestellt. Und, ähm, ja, was ist los? Hast du den Link angeklickt im Chat? Deep Fried Butter? Ah. Ich mag ja Butter. Ich, wenn ich bei hier Kentucky schreit, ficken bin. Guck dir das mal an, Alter. Oh, Iowa. Aus Iowa kommt James T. Kirk übrigens. Und zwar bin ich bei, äh, das möchte ich. Ob wir das in die Shownote schreiben dürfen oder ob wir dann verklagt werden. Also das ist massiv Fettsteuerpflichtig. Ja, ich mach da mal einen eigenen Punkt draus. Ich wollte nur kurz erzählen, und zwar bei KFC, hol ich mir einen Maiskolben und, äh, immer extra Butter. Und das muss da schön ordentlich, und dann, ich mag ja so, so, äh. Ich könnte ja auch Margarine dürfen. Ich weiß nicht, ich kann da nicht essen gehen bei KFC. Nein? Nee, ich hab Mitleid mit den Hühnern. Ich auch, aber trotzdem esse ich da. Ja, ich find das, ich find das, ich bin, ich bin ein Freund frittierten Hühnchens. Ja. Durchaus. Aber ich kann das, also ich kann das schon, aber danach fühl ich mich. Ja, ich fühl mich auch scheiße, aber es ist lecker. Es ist, also ernsthaft, es ist lecker. Es ist, äh, aber ich weiß, wie diese Hühnchen entstehen. Stopp. Nicht weiter drüber reden. Okay. Lass uns zurückkommen, äh, zu dem, hier, der Fettqualle da. Kennst du eigentlich die Geschichte, es ist, also, als der Innenminister wurde. Das war ja, als der, der Jung ist zurückgetreten, als Verteidigungsminister. Genau. Weil er keinen Bock mehr auf die Scheiße hatte. Und der Demisier ist so gewesen. wurde dann Verteidigungsminister und dann musste, nee. Nee, der Jung ist Hessen. Ach, dann war der Dings das. Und der Friedrichs Franke. Ja, ja, der Dings war das, der hier, äh, es geht ja, es ist ja natürlich Lokalproport. Ähm, der, ja, Kloos, Michel Kloos. genau. Der war das, glaube ich, irgendwie, ne? Der war Wirtschaftsminister? Nee. Ja, es geht noch und darum, äh, irgendwie musste die CSU, äh, einen Innenminister besetzen. Genau. Und dann hat Horst Seehofer, die natürlich, die in Sachen Innenminister natürlich totale Experten sind. Und dann hat Horst Seehofer, äh, Leute angerufen, die er gefragt hat, ob sie es nicht gerne machen würden. Er hat zwei Absagen kassiert. Dann hat er bei Friedrich angerufen und hat gesagt, ja, das muss ich mal mit meiner Familie absprechen. Hat dann, äh, Und dann hat er das verkündet. I.M. Friedrich gesagt. Und dann hat er ihn zehn Minuten später nochmal angerufen und hat gesagt, du musst dich jetzt entscheiden. Dann hat er gesagt, ja, dann mach ich das. So ist der Mann Innenminister geworden. Und ich finde, ich finde, äh, das merkt man auch. So gut macht er den Job auch. Ähm, was ist passiert? Ähm, erst mal der neue Verfassungsamtschef. Ähm, der ist ja, ähm, schon bekannt, weil der hat ja Kornatz, äh, versäuern lassen, da wo er war. Nein, das war alles, das wusste er gar nichts von. Äh, das war völlig rechts. Und auch Frank-Walter Steinmeier hat nichts damit zu tun. Genau. Ähm, äh, 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 wo war ich denn nochmal? Genau, und der Typ hat dafür gesorgt, also, ähm, der Typ hat dafür gesorgt, er hat einfach ein Rechtsgutag geschrieben, wo drinsteht, naja, der Kornatz, den dürfen wir nicht reinlassen. Punkt. Ähm, und, äh, äh, obwohl er deutscher Staatsbürger ist. Genau. Und im Grundgesetz steht, dass wir alles tun sollten, um deutsche Staatsbürger zu tun. Ja, du darfst keine deutschen Staatsbürger ausliefern ins Ausland. Richtig. Das ist, äh, verboten. Äh, ja, äh, und, ähm, du verwirrst mich immer. Ja, das macht nichts. Ja, und, äh, und es gab ihm deshalb auch, äh, wurde er deswegen auch kein, äh, Professor an der Uni, zur Potsdam? Auf, zu irgendeiner Uni. Äh, die haben ihm, äh, quasi die Ehrenprofessorschaft nicht zugeteilt. Also sollte er Honorarprofessor werden? Honorarprofessor. Honorarprofessoren sind die, die eigentlich keine Professoren sind. Also die haben sich nicht habilitiert. Ja. Sondern das sind einfach Leute, von denen man denkt, der ist, der kann gute Dinge und ist irgendwie ganz sinnvoll, aber der hat jetzt nicht so eine wissenschaftliche Karriere hinter sich. Trotzdem können wir den mal einsetzen als, äh, als Lehrperson an der Uni. Und das sind dann so Honorarprofessoren. Hat zum Beispiel auch unser hier Vortragschampion mit weit über eine Million Euro, Peer Steinbrück. Er hat auch so einen Honorarprofessor. Also in VW ist es tatsächlich, bei VW gibt es ja eine eigene Abteilung, die versorgt, solche Honorarprofessoren zu besorgen. Sobald zum Beispiel Unis in China und ganzen amerikanischen Dinger halt. VW? Es gibt bei VW, es gab eine Abteilung, das ist ja mittlerweile aufgelöst, weil Skandale und so, die hat dafür gesorgt, dass deren Vorstandspöste, Leute, Ach so, ah, okay. Professorentiteln bekommen und haben für die das alles vorbereitet und halt die ganzen Texte und so geschrieben. Ich hatte es gerade andersrum im Kopf. Ich hatte es gerade so im Kopf, dass die sich Honorarprofessoren in deren Vorstand holen. Nee, nee, nee. Das wäre ja zu klug. Nee. Das sind ja nicht mal richtige Professoren. Ach so, ja, stimmt. Das sind ja nur die aufgrund ihres Leumunds. Auf jeden Fall, der wurde dadurch auch nicht Honorarprofessor. Und das ist halt eigentlich... Ja, weil sie gesagt haben, den können wir nicht nehmen, der ist hier belastet durch die Kollapsaffäre. Um das nochmal, den Bogen nochmal zurückzustellen. Und der wird jetzt Verfassungsschutzamtschef. Ja, natürlich. Das ist natürlich super. Und dann haben wir den zweiten Fall und zwar hat der Friedrich die Spitze der Bundespolizei gefeuert. Hans-Georg Maaßen heißt er. Genau. FU Berlin wäre die Honorarprofessor gewesen. Danke. Sagt mir hier der Chet. Danke, Chet. Danke, Chet. Und jetzt die Bundespolizeispitze und zwar der Präsident und die beiden Vizepräsidenten gefeuert. Auf einmal. Ja. Über Nacht. Selbstverständlich. Und was ich ganz lustig bei der Sache finde, also vermutlich geht es halt darum, dass die sich gegen gestemmt haben gegen die Zusammenlegung von BKA und Bundespolizei und deshalb ordentlich Krawall gemacht haben gegen Friedrich. Und Friedrich, die jetzt loswerden wollte. Und das hört sich... Ja. Und jetzt das Lustige ist jetzt dabei, die Sache, dass Regierungskreise, Regierungskreise, das ist so super, jetzt so Dinge streuen, das ist so super, ja, und der hatte Verbindungen nach Weißrussland und ja und da und hat noch nur durchgefügelt. So aus dem Motto halt so Gerüchte streuen. Aus dem Motto, ja, und die Presse muss dann berichten halt so, laut Regierungskreisen ging es vermutlich und sollte und war und so undefiniert halten, aber trotzdem ist es in der Welt. Und da würden halt nur jetzt Leute diskreditiert, die eigentlich dafür gesorgt oder sich so einen saudämlichen Plan von Bundespolizei mit BGH zusammenlegen, Sachen, weil die eigentlich nichts mehr zu tun. Die Bundespolizei ist ja einfach nur Gleise beobachten. Mehr macht die ja nicht. Ja, so zusammengefasst. Hier ist sie nicht auch noch an Flughäfen zuständig? Ja, genau. Wasser, Wasser, Bundeswasserstraßen. Halt überall, wo Grenzen sind. Ich sag mal, früher auch Bundesgrenzschutz. Die haben, genau, die sind da zusammengepackt worden dann wegen der Schenkensache. Wir haben auch mal gelernt im Verwaltungsrecht, warum es eigentlich ein ganz schöner Skandal war, dass der Bund seinen Bundesgrenzschutz jetzt auch Polizei nimmt. Weil Grenzschützer nicht Polizisten sind? Nee, weil Polizei ist ja Ländersache und das ist ja ein Angriff gegen die Länder, weil man jetzt seine Dings auch Polizei nimmt. Die Länder sollen sich ins Knie ficken. Das war, das ist halt wieder so ein Schiss. Ja. Aber auf jeden Fall, die haben sich scheinbar gegen gewehrt und sind dafür jetzt geflogen und dann hat jetzt der Hans-Peter Friedrich getreue Leute installiert aus seinem Ministerium, den Terrorabteilungschef. Also die haben eine Entteilung, die heißt Terror. Also ich glaube, die machen Terror oder so. Oder nach dem Motto, so funktioniert das da. Ja, ja. Und das Lustige ist jetzt noch der neue Bundespolizei-Vizeschef, der eine, der wurde schon, ich weiß nicht, ob das man verurteilt nennen kann, aber der musste 9000 Euro zahlen, damit das Verfahren gegen Vorteilsnahme eingestellt wird. Das ist nicht verurteilt. Aber quasi verurteilt. Naja, so hätten sie ihm nicht die Auflage gegeben. Nee, 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 nee. Das ist mir egal, der ist wegen Vorteilsnahme dran gekommen. Das ist für mich als Laien Wuppe. Ja, das ist ein Problem. Nein. Doch. Nein. Also, willst du wissen, wie das funktioniert, das System oder nicht? Erzähl. Also. Müssen wir ja die drei Stunden vollkriegen. Wir kennen ja die Unschuldsvermutung. Genau. So. Die gilt bei Ausländern natürlich nicht, weil das wäre ja noch schöner. Ja. Und die Unschuldsvermutung besagt, dass man erst schuldig ist, wenn man rechtskräftig verurteilt ist. Genau. Und vorher? Nicht. Nicht. Dann ist es auch so, dass grundsätzlich jedes Delikt, was der Staatsanwalt grundsätzlich, da gibt es Ausnahmen, gehen wir jetzt nicht drauf ein, was der Staatsanwaltschaft zu Ohren kommt, da müssen die ermitteln. Richtig. So. Jetzt stell dir vor, du hast einen Staatsanwalt, da gibt es zwei Morde, die es aufzuklären gilt und 27 Kinderdiebstähle so von 14-Jährigen, die sich Lollis bei DM geklaut haben. Kleinfieh. So. Was machst du? Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache erst mal die Mordangelegenheiten, weil die sind gerade irgendwie wichtiger und schiebe das andere, zögere ich, hinaus. Oder ich gehe dem gar nicht nach. Und stelle gegen Auflagen ein. Na, dann kannst du einstellen. Da kannst du, es gibt mehrere Möglichkeiten einzustellen, einmal ohne Auflage. Im Jugendstrafe gibt es auch noch speziellere Sachen, da kannst du auch noch so lustige Arbeitsstunden und so verteilen. Das kann man hier auch, aber das nicht ganz, also das Jugendstrafe ist natürlich wesentlich mehr so der Erziehungsgesichtspunkt. Egal. Man kann das dann, man kann das dann einstellen, so eine Tat. Das Lustige ist aber, dass wenn du, also man kann auch eine Tat einstellen nach 170 Absatz 2 StPO, wenn du das jetzt nachgucken musst, 170 Absatz 1 ist die Anklage geregelt, das heißt, wenn hinreichender Tatverdacht besteht, wenn ich glaube, dass du verurteilt würdest, erhebe ich als Staatsanwalt Anklage. Wenn ich glaube, nee, der war es nicht oder man kann dir das nicht nachweisen, ja, deshalb würdest du nicht verurteilt werden, dann stelle ich nach 170 Absatz 2 ein. Das ist sozusagen, ja, wir haben keinen Täter gefunden, sozusagen, wir konnten keinen ausmachen. Das ist quasi die, die sozusagen, die ganz saubere Lösung danach eingestellt und du kriegst einen Brief nach Hause, wo drinsteht, nach 170 Absatz 2 ist eingestellt, dann sagt der Staat quasi, nee, hier tut mir leid, mein Verdacht war nicht unbedingt unbegründet, aber zumindest nicht so hinreichend ausstaffiert, dass wir dich jetzt hier irgendwie anklagen wollen. Dann gibt es noch die Opportunitätsvorschriften. Eben bei Kleinscheiß, da erwischst du eben den Lolli-Dieb auf frischer Tat, du weißt, der wahr ist, aber jetzt ein Strafverfahren durchzuziehen, kostet Zeit, kostet Geld und das nützt keinem, ja, weil das irgendwie so ein Kleinscheiß ist und das macht er auch zum ersten Mal und dass der Junge weint gar bitterlich und entschuldigt die zehnmal, das ist halt Quatsch, den dann zu verurteilen. Und dann kann man das einstellen. Bei etwas größeren Dingen kann man das auch gegen Auflagen einstellen. Lustig ist natürlich, dass wenn du so eine Auflage eingehst, du eigentlich zugibst, dass du was getan hast, weil sonst würdest du die Auflage nicht zahlen, sondern sonst würdest du es auf ein Verfahren ankommen lassen, in dem du natürlich dann deine Unschuld beweisen kannst und dann wirst du einfach freigesprochen. Das heißt, man merkt schon so ganz, er wird wohl was getan haben, trotzdem gilt er nicht als verurteilt und damit auch nicht als schuldig. Aber man kann davon ausgehen, dass er es getan hat. Ja. Das ist aber ganz wichtig, das zu unterscheiden ist ganz, ganz wichtig. Ja. Aber ich glaube, dass ein Amtsträger, also ein Bundespolizei-Viziechef eigentlich eine sehr saubere Weste haben muss. Also eine sehr, sehr saubere. Nicht nur, dass nichts in seinem Führungszeugnis drinsteht, sondern eine sehr, sehr saubere. Ja, das kommt uns an. Also ich denke mal, gerade so Sachen, die du irgendwie jung gemacht hast. Es geht um Vorteilsannahme. Genau, das meine ich ja gerade. So. Oder du hast mal, keine Ahnung, die Versicherung von deinem Auto ist ausgelaufen und du hast vergessen, du hast vergessen, irgendwie die neuen, du hast vergessen zu zahlen und warst nicht versichert und wirst jetzt auch verknackt. Das passiert halt. Ja. Oder so auch wie dieser, wie war es noch, der verkehrspolitische Sprecher, der Fette Döring war das doch. Ja, der hat doch auch hier. Spiegel abgefahren, ja. Genau und auch hier. das ist verzeihbar. Sparerflucht, das kann zwar anzeigen, dass du irgendwie ein asozialer Penner bist, aber das rüttelt jetzt nicht unbedingt an deiner Integrität als, Aber es geht hier um Vorteilsnahme. Genau. Es geht hier um ein Delikt, das du im Amt irgendwie begangen hast. Genau und das deutet darauf hin, dass du weiterhin auch bestechlich sein kannst oder Vorteile annehmen kannst. So. Und es ist halt nett, dass man solche Leute hat. Aber wenn man schon bei den Polizisten sind, die komisch sind, ich will das nur kurz erwähnen, auch die schwäbischen Bampen, die beim Kokos-Clan sind. Ja, Moment mal, lass doch mal kurz vorher über den Friedrich sprechen. Ich finde, ich muss das mal wiederholen, weil ich glaube, ich habe es schon ganz oft gesagt, aber ich finde, Friedrich ist doof. Und zwar wirklich, der ist nicht so ganz helle. Glaube ich auch. Also wenn man den Reden hört, der ist zwar immer irgendwie total überzeugt von allem. Naja, die Reden muss man abwenden, weil der hat ja wahrscheinlich nicht selber geschrieben. Nee, darum geht es ja gar nicht, auch wie er es rüberbringt. Also er wirkt zumindest immer massiv überzeugt von dem, was er da sagt. Das kann man ihm zugutehalten. Vielleicht ist er ein guter Schauspieler. Aber ich glaube, ich glaube nicht, dass der die intellektuelle Dings, wer ist denn das? Die intellektuelle, mir fehlt sie selber. Hör. Ja, die intellektuelle Kapazität. Er ist keine Leuchte. Genau, er ist halt irgendwie anscheinend ein bisschen doof. Zwar nicht so doof, dass man ihm vielleicht ein Sabberletzchen umhängen müsste, aber halt nicht so. Nee, aber ich glaube, also er wirkt zumindest immer so, als würde er viele Dinge einfach gar nicht durchdringen. Oder er würde sie nicht durchdringen. Nö, es wirkt so, als könnte er gar nicht. Okay. Weil auch wenn man ihn irgendwie so argumentieren hört bei kritischen Fragen in Anführungsstrichen, dann kommt da eigentlich auch nur, das ist eigentlich so, das ist weniger dieses, dieses ich winde mich schön rhetorisch aus einer Frage heraus, so wie es Politiker machen, weil sie nicht auf die Frage antworten wollen und dann irgendwie ihr eigenes Statement irgendwie unterbringen, sondern das ist eher so ein dumpfbräsiges Nö, und was soll das überhaupt? Also Quatsch, da sind doch wieder die Kommunisten und machen alles kaputt. Genau. Die 50 Kolonnen Moskaus. Ja. Aber ich finde ja lustig, also nach dem Motto, ich finde ihre Frage ja schön, aber ich möchte sagen, Punkt, so müsste man nicht eigentlich ehrlich sagen. Also wenn ich Politiker wäre und mich, dann würde ich einfach sagen, pff, nö, ich mag die Frage nicht. Aber ich könnte ihnen halt noch was anderes erzählen. So würde ich antworten. Aber ich bin doch nicht Politiker aus guten Gründen vermutlich. Ich lese gerade, sehr schön hier aus dem Chat, beigetragen, I.M. Friedrich ist nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen. Und der Kuchen ist auch ziemlich schlecht, würde ich sagen. Vor allem ist die Kerze ziemlich fett. Ja. Aber liegt das, wie fett? Der Friedrich ist doch jetzt nicht der... Der ist schon so ein bisschen untersetzt. Ja, aber es ist halt, ja, okay. Auf jeden Fall dann noch die Kukus-Klan-Polizisten, die nach dem Motto, ja, aber wir wussten nicht, dass es eine rassistische Organisation ist. Ja, was, als wir dann gemerkt haben, dass der Kukus-Klan, dass es ja Nazis sind, ist und wir da auch wieder raus. Sind wir nicht. Doch, hat der eine doch gesagt. Ich bin da sofort abgehauen, als ich das mitgekriegt habe. Und deswegen haben sie diesen komischen Aufnahmeritus mitgemacht? Na, es ist ja halt offensichtlich, dass sie lügen. Ja. Also, wer es nicht mitgekriegt hat? Es gibt ein paar Polizisten, drei sind es? Ne, zwei. Zwei. Die waren Kollegen von der Frau, die von der NSU ermordet worden ist. Genau. Und deswegen sind die drangekommen und das wussten die bei der Polizei, dass die beim Kukus-Klan waren. Erstmal musst du doch sagen, was das Schlimme war. Die waren beim Kukus-Klan. Ja. Aber ich finde es viel schlimmer, dass alle wussten davon. Das finde ich persönlich schlimmer. Na, hallo, da hat bis vor ein paar Jahren noch die CDU regiert. Ja. Da kann man doch wohl mal in einer rassistischen Vereinigung sein. Letztens ging er über Twitter hier. Hat doch irgendein so ein, also, da hat in, ich weiß gar nicht wo, irgendein Bürgermeister der CDU hat, hat auf Facebook eine Kroatin, ne, eine deutsche, kroatische Abstammung, die auch in Deutschland geboren, oder zumindest, ich glaube, die ist irgendwie 26, 27 und wohnt ein Jahr weniger als sie alt ist sozusagen in Deutschland. und die hat, und die hat auch noch irgendwie, hat die auch noch ins rechte Horn geblasen. Die Deutschen sollen mal aufhören, im Ausland die Griechen zu finanzieren, wenn man sich mal lieber ums eigene Volk kümmern. Und dann hat er irgendwie drunter geschrieben, ja, ich kann dieses Ausländer, wir armen Ausländer Geschwätz nicht mehr hören, geh dahin, wo du herkommst und du bist doch hier Sozialschmarotzer. Irgendwie sowas. Nicht, das war jetzt nicht so hundertprozentig, aber in die Richtung ging es. Und es war auch ziemlich drastisch formuliert. Und der hat gesagt, ja, wieso, ich kann doch nur meine, ich kann doch meine private Meinung äußern. Das ist doch gar nicht schlimm. Und daraufhin haben dann wohl ein paar Leute ihn und auch andere CDU-Abgeordnete gefragt, was sie denn zu tun gedenken gegen diesen offensichtlich vorhandenen Alltagsrassismus in der Union. Woraufhin es einen lustigen Tweet gab, den Holgi auch irgendwie verbreitet hat, in dem sich dann ein CDU-Mensch geäußert hat, bei uns gibt es keinen Alltagsrassismus. Oh Gott. Nazis. Ich könnte das jetzt alles raussuchen, aber das... Ja, sehr klar. Aber noch, was mir gerade bei Friedrich einfällt, das letzte Statement abgesondert, ja, es geht um die... Guter Punkt hier noch im Chat vom Hausjuristen. Selbst wenn sie es nicht wussten, was der Ku Klux Klan ist, wenn sie das intellektuell nicht auf die Kette kriegen, dann haben sie eh nichts bei der Polizei zu suchen. Ja. Was ich noch beim Friedrichsagen hinzufügen wollte, ist der letzte Statement abgesondert. Es geht ja darum, dass das Verfahrensgericht gesagt hat, dass Asylanten, ist der korrekt der Begriff, Asylanten? Asyl... Ja, Asylbewerber. Asylbewerber. Oder Asylsuchende, ja. Ja, genau. Man muss da alle paar Jahre muss man da immer ein neues Wort erfinden. Dass die halt... Die haben halt menschenwürdig seit 91 kriegen, die menschenwürdig sind. Die müssen halt mehr Geld bekommen. Punkt. Die haben halt... Der Satz, den sie kriegen, ist halt seit 20 Jahren nicht erhöht worden. Genau. So. Und da hat Friedrich gesagt... Nee, Moment mal. Dann hat das Bundesverfassungsgericht erst mal gesagt, Existenzminimum ist Existenzminimum. Egal, wer da ist. Und das ist nicht an Nation oder sonst was gebunden. Weil es auch klar ist, weil es geht von der Menschenwürde aus und nicht von der deutschen Würde. Ja. Und da hat Friedrich gesagt, ja, da müssen wir mal schön rechnen, dass sie weniger bekommen. So nach dem Motto. Ja, genau. Und da hat... In dem Moment, da habe ich... Willst du... Willst du ernsthaft? Soll man den mit in der Schrotfinanzkrieg schießen? Du was merkst? Wir müssen... Nee, vor allem nicht. Ja, wir müssen das Abstandsgebot einhalten. Abstandsgebot. Welches Abstandsgebot? Das ist... Das ist unwertes Leben, nennt der Friedrich das, glaube ich. Ja. Also es ist schade, dass so viel Sauerstoff für ihn drauf geht. Aber jetzt mal ernsthaft. Ich frage mich, warum das nicht aufgegriffen wird von Medien. Weil die Stöcker im Ars haben und konservativ sind und von Friedrich Springer gehören. Aber doch nicht alle. Also das muss doch irgendjemand... Ja, aber die, die hier nicht gehören, haben einfach keine Wirkungsmacht. Als wenn die BILD noch Wirkungsmacht hätte. Ja. Es gab doch mal vor zwei Jahren diese Studie. BILD ist nicht mehr kampagnenfähig. Ja, aber trotzdem wirklich richtig gute Zeitungen. Also richtig, die sowas aufgreifen könnten. Die FATS. Die könnte einen netten Artikel dagegen schreiben, aber dann wäre es trotzdem verpufft. Weil das halt... Die FATS wird von niemandem gelesen, den man damit erreichen sollte. Also um das mal klar auszudrücken, jemand, der sowas sagt und so nicht nur eklatant gegen Verfassungsgerichtsrechtsprechung verstoßen will, absichtlich, sondern jemand, dem offensichtlich auch noch die Menschenwürde egal ist, der gehört aus dem Amt geworfen. Da fehlte wohl noch ein Wort in dem Satz. Ja. Auf jeden Fall, ja. Es ist halt so... Es fehlt so... Also der Typ... Ja, aber wir haben ja die schlechteste Bundesregierung aller Zeiten. Und das ist halt ja eins der Konejuwelen der Bundesregierung. Ja, Dennis. Darf es noch etwas von der Leber sein? Ich brauche ja eher Niere. Aber okay. Ja. Ich habe ja erst gefragt, ich habe ja noch... Ich habe ja ernsthaft beim Uniklinikum angerufen, ob mein Nierenarzt davon betroffen sei, sei er nicht. Ich war mir unsicher. Ich habe den Namen nicht gekannt. Ich wusste nicht, wie mein Arzt heißt und ich habe angerufen, habe gefragt, ob der betroffen sei. Ja. Und dann habe ich gefragt, wie viel es kostet. Und? Ja, keine Antwort. Ja. Schade. Wahrscheinlich der schlechte Zeitpunkt dafür gerade. Oh. Das ist ja witzig. Kannst du dich erinnern, das letztes Mal, als wir aufgenommen haben... Was denn? Sag nicht, dass irgendwas mit der Aufnahme ist. Nee, nee, nee. Noch nicht. Letztes Mal, als wir aufgenommen haben, ist es da abgekackt und ich muss so neu starten. Und ich benutze immer, einfach weil ich da schon alles so eingestellt habe, wie ich das einstellen will im Programm, immer das Alte gespeichert. Ja. Sozusagen. Jetzt habe ich Folge 21 aufgemacht und mache dann neu Save As und speichere dann daraus Folge 22. Und jetzt habe ich... Dann muss man natürlich die alten... das alte Dings rauslöschen, also die alten Tonspuren, die da aufgenommen worden sind. Und da habe ich natürlich nur den ersten Teil rausgelöscht, wie mir jetzt gerade aufgefallen ist. Ja, aber es ist gerade das letzte Weg gemacht. Warte mal. Die Internationale fummelt hier auch noch rum. So, und weg. Ja. Ja, was ist passiert? Zwei Wochen jetzt her, da ist rausgekommen, nach Untersuchungen, erst nach internen Untersuchungen der Bundesärztekammer, die dann bei der Staatsanwaltschaft dann die Anzeige erhoben hat, dass hier ein Göttingen, also ein Chefarzt am Uniklinikum Göttingen, welches... Oberarzt. Oberarzt, welches natürlich für seine besondere Qualität bekannt ist. Ja, ja. Das war das Lustige, das Erste, was ich hier angekommen bin in Göttingen, als ich hergezogen bin, der erste Hinweis beim Göttinger, wenn du noch sprechen kannst und auf der Krankenliege liegst, verlange nicht, ins Uniklinikum zu kommen. Ich bin da ja zum Glück noch nie gedingst worden, behandelt, aber hier die Chefredaktorin schon mal am Fuß und die fand das da auch relativ unnett. Ich auch. Ich lag ja auch drei Tage lang da drin und muss nicht sein. Also es ist halt... Ich frage mich nur, ob es so anders besser ist, weißt du? Das ist die Frage. Also gibt es überhaupt ein Wohlfühlkrankenhaus? Also wahrscheinlich, wenn du richtig gut zahlen kannst, dann ist... Ja, aber kann man ja nicht. Ja. Wir sind ja alle bei der OK. Nee. Wo bist du? Barmer. Ach so. Ach, noch besser. Ja. Also bei den gesetzlich Versicherten der Bessere. Genau. Bin ja beim Pöbel. Ja, das ist richtig. Krankenkassen ist auch nochmal so ein Thema für sich. Können wir auch nochmal irgendwann darüber reden. Auf jeden Fall. Es gibt Krankenkassen, die zahlen Wurfprämie. Ernsthaft? 250 Mark. Also richtige Scheinchen? Ja, ja. Und gibt es da ein Limit? Ja, so viel du an Kindern kriegen kannst, Alter. Ja, das darf man doch noch fragen. Ja, da gibt es halt irgendwann eine biologische Grenze, würde ich sagen. Okay. Dann muss ich mal anfangen. Also das ist eine Einmalzahlung, ja, und das kennt nicht immer wieder. Ach so. Aber weshalb? Wo ursacht doch noch Kosten? Ähm, ja, nee. Wahrscheinlich wollen die damit einfach Kunden werben. Ach so. So Mütter aus Prenzlauer Berg. Ja. Und ich, ich glaube, also, was ich mir so vorstellen kann, ist, dass die denken, Leute, die sich darum kümmern und sowas vergleichen, sind sowieso überdurchschnittlich gebildet, haben überdurchschnittlich hohes Einkommen und leben deshalb statistischer wahrscheinlich auch eher gesund. Und ich nehme an, dass die da so eine Kalkulation aufgestellt haben. BWL-Scheiße. Ja, ja, klar. Ah, okay. Ja, ähm, auf jeden Fall, die, die Chef, der wurde jetzt, ist aufgeflogen, jetzt ist noch ein zweiter aufgeflogen und in, ähm, äh, Regensburg oder so? Augsburg? Regensburg. Wir wissen, Regensburg ist es. Ich war irgendwas mit Bayern, aber Regensburg. Ähm, da ist jetzt auch was aufgefallen. Und, ähm, in dem Fall, der Arzt wird jetzt, ähm, wird wahrscheinlich jetzt, ähm, es wird wegen fahrlässiger Tötung jetzt ermittelt. Ja. Weil es kann gut sein, dass halt durch dieses Schieben auf der Liste, also durch, äh, durchs Fälschen der Kranken, der Laborwerte. Ja, also, hast du eigentlich gerade schon erklärt, was die gemacht haben? Also, die haben Laborwerte gefälscht. Genau. Und dadurch haben die Leute kranker, kränker gemacht, als, kränker, kranker gemacht, als sie sind. Mhm. Und dadurch sind sie halt schneller an ein Organ gekommen. Genau, weil da wird so ein Koeffizient ermittelt. Genau. Wie krank bist du, äh, äh, keine Ahnung was und wie lange hältst du noch durch ohne, äh, Spendeorgan und wie alt bist du und keine Ahnung was und daraus wird so ein, wird so ein Ding ermittelt und dann kommt man halt dementsprechend, äh, auf eine Liste. Auf eine Liste, ja. Und das haben die manipuliert. Genau, gegen Geld. Ja. Und das waren auffällig viele Italiener. Weißt du, ich hab von einem Russen gelesen? Vom Russen in Göttingen, in Gresensburg geht's um Italiener. Ah, okay. Geh gezahlt haben. Und, ähm, und es kann gut sein, durch dieses Schieben auf dieser Liste, durch dieses Fälscheln der Laborwerte, dass andere Patienten, die es vielleicht dringender, also, die es dringender notwendig hatten, dadurch gestorben sind. Genau. Und das ist fallessige Tötung. Ja, und ich räume dem Ganzen keine Chance ein, dass es auch jemals nur zu einem Urteil kommt. Weil es wahrscheinlich ziemlich schwer zu ermitteln ist, oder? Das kannst du halt nicht nachweisen. Ja. Scheiße. Aber es ist wahrscheinlich Betrug dann. Äh, was man da, was man da alles, alles durchprüfen kann, Betrug? Ja. Vorteilsnachnahme. Ja, ja, also ja. Ja, sowas eventuell, ähm, äh. Auf jeden Fall, er wird nicht mehr arbeiten. Muss man, muss man aber drüber nachdenken, ob die halt so eine amtsähnliche Stellung haben, wenn die sowas, ja, es ist nicht, ja, müsste ich jetzt, hätte man sich ja auch mal einfach mal schlau machen können jetzt in der Zeit. Ähm, auf jeden Fall, er wird nicht mehr als Arzt arbeiten dürfen in seinem Leben. So, Punkt. Das, davon können wir ausgehen. Ich hoffe, dass die Bundesärztekammer so schlau ist und ihm die, äh, Lizenz entzieht. Ja, das, äh, äh, ich guck grad in den Chat. Ja, und, ähm, und, äh, ich bin jetzt mittlerweile, also, wir hatten ja, nicht vor einem kurzen Monat war ja die große Sache mit den Organspenden, mit den Organspenden auszuweisen. Es war ja der Konsens irgendwie dann im Bundestag, wir halten mal jedem vor die Nase das Ding und sagen, entscheid dich mal, überleg's dir mal. Und jetzt durch so eine Sache ist natürlich, naja, also die ersten Leute, die ihren Ausweis durchschnitten haben, ähm, ja, sind viele. Und ich bin eh irgendwie ganz viel skeptisch. Wo, wobei ich irgendwie selber, naja, eigentlich, also, ja, also, ich brauch, also ich hab ja hier, Morbus Berger nennt sich der Scheiß. Also das ist halt irgendwie so eine Krankheit, die die Nieren befällt und ganz komisch Wikipedia lesen. Ähm, und, ähm, das Besondere an dieser Krankheit ist, die ist sehr lahmarschig. Also, äh, bevor ich davon irgendwas merke, dauern noch ein paar, gehen noch mal ein paar Jahrzehnte rüber. Ja. Und mit Glück merke ich davon nie was und, äh, ich schlucke weiter mein Blutdruckreckenes Mittel einfach zur Prävention, weil es ist nicht heilbar, aber man kann es halt nochmal entschleunigen. Also, das ist schon so lahmsam, dass man es nochmal entschleunigen kann. Es könnte halt unter Gute irgendwann ein Fall sein, dass in so, so 20 Prozent der Fälle braucht man irgendwann doch eine Spender Niere. Ja. Und deswegen bin ich eigentlich so, ich brauche das ja. Und deswegen sage ich ja, wenn ihr unterschreibt, das ist ja meine Niere am Ende. Könnte sein. Ja. Aber trotzdem bin ich irgendwie, wenn ich so lese mit Dingen, diesem System, du liest halt, dass, ähm, es gibt eine Titel bei der Tagesschau, dass, es gibt so Ausnahmefälle, wo du an dieser Liste vorbei, ähm, verteilen kannst. Genau, wenn du zum Beispiel, äh, ein Organ mit Vorerkrankungen hast, zum Beispiel. Und so wie es anhört, passiert das eigentlich in den meisten Fällen, dass Analyste vorbei vergeben wird. Ich glaube, in, in, bei, das ist, das kommt drauf an, also, ähm, wie war das noch? Ich höre es gerade. Bei jeder vierten Niere, bei jedem dritten Herzen und ich glaube, bei jeder zweiten Bauchspeicheldrüse. Genau. Irgendwie sowas. Wird vorbei an der Liste vergeben. Ähm, ja, also. Das ist der Sonderweg. Ich glaube, jetzt seinen Organspendeausweis zu vernichten, ist falsch. Falsch. Ja. Und, äh, denn das hat, die Seite hat, das ist so eine Medaille mit zwei Seiten für mich. Ähm, wenn man verreckt und die Organe nützen noch was, dann kann man mit diesen Organen potenziell Menschenleben retten. Ja. So. Und erstmal würde ich sagen, als Spender, ist es doch scheißegal, wem, äh, diese Organe zugutekommen. Hauptsache, sie kommen erstmal einem Menschen irgendwie zugute, dem man damit, äh, ein längeres oder vielleicht auch, äh, ein, 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 ein gesundes Leben, äh, ermöglichen kann. Auf der anderen Seite ist es natürlich absolut nicht in Ordnung, was da geschehen ist. Und sowas gilt es zu verhindern, weil da hat einfach Geld nicht zu suchen, sondern da geht es, da geht es wirklich darum, wer ist besonders krank, wer braucht das besonders, wer es braucht, ne, wer braucht es am nötigsten, der kriegt es halt als erstes. Und, äh, jetzt auch noch sozusagen nicht mehr, gar nicht mehr zu spenden, das verschlimmert ja sozusagen die Situation nur der Patienten und erhöht auch nur den Druck, äh, oder gibt, gibt mehr Druck ins System sozusagen. Und doch so wieder zu reagieren, doch ernst zu nehmen. Genau. Und dann, äh, dass da vielleicht dann jetzt auch die Preise steigen, ist halt weniger, weniger zum Verteilen da, dann kann man auch mal ein bisschen mehr nehmen vom, äh, russischen, äh, Öl-Multi oder keine Ahnung was, der dann halt sich in Deutschland, äh, neues Zwerchfeld einsetzen lassen möchte. Äh, und das andere Punkt ist halt die Sache mit dem Hirntort. Da will ich nicht groß drauf geben. Lest, da gibt's einen Zeitartikel, der ist ziemlich gut, den sollte man natürlich lesen. Ähm, nur mein, mein Hintergrund ist, dass ich glaube, dass die Sache mit dem Hirntort albern ist. Also so wie man heute sagt, dass ein Mensch Hirntort ist, ich halte das für falsch. Aber, wenn ich in dem Moment bin, in dem quasi mein halbes oder großer Meines Zwerchfeld einfach tot ist, aber ich vielleicht doch irgendwie noch leben könnte. Einfach zu sagen, wisst ihr was, jetzt, äh, tatsächlich auf meinen Punkt, auf die Freiheit und gebe. So ist meine, meine Einstellung in dem Punkt. Aber es ist halt glaube ich so eine Sache, die jeder für sich entscheiden muss. Also der Hirntort, das ist, das ist in der Tat eine etwas komische Sache. Allerdings muss man sagen, da wo man jetzt mittlerweile, äh, die Grenzen gezogen hat, äh, ist es, äh, in einem von, ich weiß gar nicht, äh, wie viele Millionen Fällen statistisch, ja, könnte man da irgendwie noch was rausholen. und zwar nicht normales Leben, sondern, äh, Matsche, Brei in die Pumpe und sowieso nichts mehr mitkriegen. Ja. Also der, das ist halt sehr physio, äh, Brei in die Magenpumpe und so. Ja. Ne, ne, ich meine, äh, also das Thema mit dem Hirntort, ist also, hat verschiedene Facetten, medizinisch, rechtlich und, äh, naja, was sagt man, wann ist Leben, wann ist Tod, so. Und der, ähm, der Hirntort muss auch von zwei Ärzten, äh, zum Beispiel festgestellt werden. Ja, aber wenn die sich, naja, zwei Ärzten vorher nach dem Motto, naja, hier, guck mal, ja, passt, so. Ne, 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 voneinander getrennte, äh, Okay. Untersuchungen. Da ist schon, das ist schon, äh, okay. Aber ich bin da, dann bin ich im Zweifel, wenn ich in der Situation bin, wenn ich da liege und mein halbes Hirn ist weg, dann einfach so sagen, das ist ja nicht dein halbes Hirn ist weg, sondern, sondern die, die Grundfunktionen des Hirns, die sind noch da, aber das Bewusstsein ist weg. Das Bewusstsein ist komplett weg und das ist auch nicht mehr reaktivierbar. Weil du könntest weiterhin leben, du könntest weiterhin, du, deine Haare wachsen, deine Fußnägel wachsen. Die wachsen ja auch noch, wenn du tot bist. Ja, aber, aber du machst immer noch, dein Darm funktioniert immer noch weiterhin, du scheißt, du schwitzt und weiterhin. Aber, aber es ist, ob das wieder Leben ist und das ist halt so, ich glaube, das Thema ist viel zu komplex, liest euch den Tartikel durch, das ist da und macht euch auch Gedanken. So zum Abschluss. Tja. Wenn wir schon bei Auswurf sind. Ja, ich würde jetzt nämlich sagen, aus guten Gründen werfen wir jetzt aus und werfen jetzt hier mal schon ein Politwettbüro ein. Das andere machen wir nämlich, was hier noch auf der Liste steht, wenn wir unsere Antworten bekommen haben. Das finde ich viel besser. Ja, aber das kann erst in Monaten passieren. Das ist doch egal. Okay. Das rennt uns ja nicht weg. Ich werde vorher verhaftet. Ja, mal schauen. Wobei ich, ein ganz kurzer Hinweis, also es geht darum, drei Minuten. Gibst du mir so viel Zeit? Nee, dann ist das Thema auch schon durch. Lass es mal wirklich machen, wenn wir, wenn wir die Antwort haben. Weil es ist ja viel, das ist ja viel spannender. Okay. Weil dann können wir auch wirklich, dann können wir das auch vorlesen. Ja, okay. Und so. Und dann können wir nur sagen, erinnere dich noch hier, vor drei Monaten, als wir mal das und das hatten. Da haben wir die Antworten. Weiß ich nicht. Ist vielleicht nicht so schön. Und es ist ja auch ein Podcast, der wird ja auch nicht, da gibt es ja Follow-up. Ach, nee, komm. Nee, wir machen jetzt Politwettbüro. Dennis, du hast schon wieder, möchtest schon wieder Dinge bauen. Ja. So. Was möchtest du machen? Politwettbüro. Was ist denn das? Eine Webseite. Oh nein, was macht man da? Äh, Dinge. Wetten? Auf Politik? Ja. Wahnsinn. Ja. Und du gehst einen ganzen modernen Weg, du machst so Crowdfunding. Crowdfunding, ja, mit K. Ja. Ähm, ja, ich will's machen, nur ich komme noch nicht, das zu starten, weil ich brauche noch ein Video. Ja, das wollen wir doch machen. Ja? Ja, hat man doch gesagt. Ja, ich weiß, aber... Alter. Ich bin, ich bin gerade, ich war der Depp, dass ich jetzt gestartet habe, weil gleichzeitig noch ein anderes Ding läuft, was wir gleich noch besprechen. Am Wochenende, äh, schreibst du dir mal Text für dein Video auf und dann, äh, sehen wir mal zu, dass wir das nächste Wochenende kriegen. Okay. Und zwar, Politwettbüro ist eine Webseite, so eine, ähm, auch mit Gamification-Elementen und so ein Scheiß, ähm, äh, wo es darum geht, so ein bisschen, es gibt ein Interview, das verlinken wir gleich noch, ähm, wo ich mir das nur geschrieben habe und es geht darum, ich glaube, in jedem Menschen gibt es so ein bisschen Interesse für Politik und das kann man, und ich will das mit dieser Seite so auf dem spielenden Weg rausreizen, weil auf dieser Webseite kann man tatsächlich nur gewinnen, wenn man auch Ahnung hat vom Thema. Also es ist halt nur noch dem Motto, naja, dann pflanze ich halt ein Bäumchen an, dann wächst das und so, so Game, so Farm-Bel-Scheiß. das ist halt nicht, das ist halt so, da musst du nachdenken. Und das hat, es hat, äh, es hat einen Anspruch, die Webseite. Was, also, da kann man dann zum Beispiel irgendwann mal drauf wetten, wird Hannelore Kraft Kanzlerkandidatin Kandidat. Genau. Ja. So, und dann gibt es da aber auch richtig Wettquoten, weil das ist ja ein Wettbüro. Du kannst natürlich nicht mit echtem Geld wetten, weil, das ist ja Glücksspiel. Richtig. Außer ich gehe nach Schleswig-Holstein. Du kannst nach Schleswig-Holstein gehen, ich wollte es gerade sagen, ja. Wie berechnest du die Quote? Weil das, das hat einen Aktienmarkt technisch. Also Aktienmarkt, das heißt, wie nach, also marktkapitalistisch nach, äh, Dings da. Ja. Auf, nee, wie heißt das denn? Näh, ich hab die beiden Wörter vergessen. Äh, na, wie bestimmen sich die Preise nach, äh, Angebot und Nachfrage. Danke. Ich hab's vergessen. Mir lag's auf der Zunge, aber ich kann nicht. Angebot und Nachfrage. Genau. So nach dem Motto bisher. Weil ich wette nicht die Wetten, weil, das mache ich nicht. Das macht das System automatisch. Und das heißt, das ist natürlich ein Vorteil, äh, das ist der große Vorteil, wenn du früh einsteigst und auf was wettest, was, äh, eher unwahrscheinlich ist und sich dann das umkehrt, hast du natürlich eine höhere Wettquote, weil die Wettquote steht an dem Punkt, an dem du gewettet hast. Ja. Das ist halt dynamisch. Das heißt, wenn du auf einen Punkt wettest, was eh klar ist, irgendwie eine Woche vorher, dann hast du halt irgendwie eine Wettquote, dann hast du halt irgendwie kein Gewinn. Das heißt, wenn eine Wette startet, ist die Quote immer eins zu, nee. Ist sie erstmal gleich. Das heißt, du hast immer, du kriegst immer das Geld wieder. Punkt. Und dann, durch die langsamen Wetten, versteigert sich die Quote, ändert sich die Quote. Das heißt, wenn du auf Option A einfach 80% drauf gehen, dann geht die Quote von Option B hoch. Wenn du drauf wettest, hast du mehr Geld, wenn Option B eintritt. Aber am Anfang sind die, aber dann müssen die ja beide 1,5 sein. Dann können die ja nicht beide 1,0 sein. Ja, 1,5, ja klar. Okay, alles klar. Gut, gut, das war, ja. Ja. Und dann ist es so dynamisch und es ist halt so ein bisschen spielerisch. Und dann kann man da rumspielen. Richtig. Wird man selber Wetten machen können? Ja, aber es ist durch Kontrolle. Durch Kontrolle, ja. Okay. Das heißt, ich kann nicht darauf wetten, dass, ja, irgendwas, was man nicht wetten darf. Genau. Darauf kann ich nicht wetten. Nein. Okay. Also es wird, also ich, mal schauen, ich werde das mal selber kontrollieren, aber irgendwann so auf so ein Super-User-System umsteigen, so Selbstregulierung. Ja, wenn du erstmal deine 30.000, äh, genau. Mitglieder hast. Werbung? Ähm, das muss ich noch überlegen. Also explizit, ich habe, äh, Monetarisierung ist explizit nicht geplant. Das ist halt so ein Hobby-Ding. Okay. Aber ich will gerne, würde ich gerne sowas machen, das, äh, wäre in der Woche die meisten Punkte, was gibt es, äh, Poliz heißen die, die Währung, wie es da heißt. Wer den meisten Poliz gemacht hat in der Woche, dem irgendwas zu geben. Und so in der Art halt. Und das, vielleicht das über, über sowas zu machen halt. Ja, äh, so. Das Ganze jetzt nochmal, äh, beworben, das Crowdfunding bei Startnext. Genau, da habe ich so ein Projekt eingereicht, ähm, da muss ich jetzt noch ein Video rein, dann geht's los, und dann, äh, geht's um 2.000 Euro. 2.000 Mark willst du haben? Ja. Weil. 4.000 Mark. Und 2.000 Euro. Nee, es sind 2.000 Mark. Achso. Mark gleich Euro, das weißt du doch. Achso. Das ist doch der Teuro. Oh Gott. Wo, den Begriff hat die Titanic erfunden. Äh. Nicht der Fokus. Der Fokus setzt sich auf Dinge, die der Titanic erfunden hat. Ja, aber das ist halt, jetzt mittlerweile ist halt wirklich so, dass es so viel Euro sind wie früher. Ja, aber, der Fokus hat die Inflation. Ja, der Fokus hat die Inflation. Ja, also, dann kann man hier, äh, dir da Geld spenden, und zwar in, in lustigen, ähm, so wie das halt beim Crowdfunding ist, man kann immer, Gegenleistung gibt es. Geld, Geld da reintun, und dann kriegt man da irgendwas, also das ist nicht immer, ja, aber, äh, meistens ist es so, man kriegt irgendwas für, zum Beispiel, 1 Euro kriegt man dann hier, wenn man dir 1 Euro gibt, dann kriegt man ein Dankeschön von dir. Wenn man dir 5 Euro gibt, dann gibt es einen Zugang zu Beta. Mhm. Ähm, wenn man dir 10 Euro gibt, da können die, die Cheater sich schon mal, äh, äh, anstellen, da gibt es erhöhtes Startkapital, ich glaube doppelt so viel, ne? Ja. Ja. Äh, 25 Euro ist Hall of Fame, was war das nochmal? Ähm, und zwar wird es eine extra Seite geben, wo User ausgestellt sind, nach dem Motto, vielen Dank, Euer Support. Okay. Und dann 250 Euro. Genau, weil ich bin käuflich. Ja. Den Wirtschaftskontakt. Wirtschaftskontakt. Bedeutet? Äh, es gibt, äh, das ist nicht Werbung tatsächlich, Werbeplatzierung so ein bisschen. Also explizit ein Logo halt, äh, gibt es auf die Seite, ist auch das Motto, diese Firmen unterstützen die Seite, ist auch das Motto. Okay, also du zielst damit schon in Richtung, äh, in Richtung Unternehmen ab, die irgendwas bewerben wollen und meinen, da können sie mal hingehen und nicht auf jemanden ab. Aber ich könnte jetzt auch ein Foto von mir da einstellen. klar. Ja. Wenn ich 250 Euro übrig hätte. Ja. Tja. Ja, aber ich glaube, äh, einen Euro gebe ich. Ja. Weil Zugang zu Beta kriege ich sowieso, wenn ich dich anbette. Ja, klar. Siehste? Alles gut. Ja, und mal schauen, wie das wird. Das ist halt meine Ersterfahrung mit Crowdfunding und so. Die Startnext-Plattform ist eine Plattform, die eher kritisch heißt, also was sie in neuen Projekten aufnimmt. Ja. Und dadurch erhoffe ich auch mir mehr. Also die ist sehr kulturlastig, die Plattform und so. Also die anderen Plattformen nehmen, glaube ich, alles quasi? Nee, glaube ich nicht. Also es hängt ab. Also manche Plattformen nehmen quasi alles, was eigentlich so Formen und, äh, also Bilder und so, alles in Ordnung annimmt. Und andere sind dann wieder kritischer. Und Startnext ist halt irgendwie die kritischste, weil du hast da, die sind an einer Bank angeschlossen, das heißt, du musst Identitätsnachweise machen, musst ein Konto einrichten, scheiß, das ist extrem bürokratischer Aufwand. Aber ich glaube, der zahlt sich auch aus. Ja. Lustig ist natürlich die rechtliche Bewertung, weil du bist ja selbstständig. Ja, es gibt für jeden eine Rechnung. Ja, das ist ja in Ordnung, aber die Frage ist dann, was ist das eigentlich, was du da einnimmst? Ist das eine Spende? Ist das... Nee, Spende ist das nicht, es gibt ja eine Gegenleistung. Ist das, äh, ja. Venture Capital? Mal schauen, was das Finanzamt nächstes Jahr sagt. Ja, genau, das, äh, ich glaube, das wird, ja. Ich glaube, ich hätte es als Gewerbeeinnahme klarieren müssen. Gib mal am besten noch nichts von dem Geld aus, wer weiß, wie viel du davon behalten darfst. Naja, Umsatzsteuer muss ich, nee, Umsatzsteuer muss ich eh nicht zahlen, weil ich da unter der Grenze bin, aber, ja. Aber mal schauen, wie das wird, das wird eh, also mal schauen. Ja, aber es wäre natürlich schon ärgerlich, wenn du jetzt sagst, oh ja, das ist ja hier alles, ich bin ja auch klein, äh, Kleinvieh-Mensch und dann, äh, kaufst du dir für 1500 Euro irgendwie, äh, einen neuen Rechner und dann sagt das Finanzamt, ja, wir hätten jetzt gerne 1200 Euro von Ihnen. Ja, ich glaube, das wird es. Also ich meine so viel natürlich nicht, aber weißt du, was ich meine. Richtig. Nee, mal schauen, im Zeitpunkt muss noch jemanden fragen. Steuerwicht, aber so. Finanzhilfe. Ja, aber ist das, ist das schon geklärt überhaupt? Das frage ich mich gerade. Das ist halt so, aber es ist halt, das ist genauso wie Flatter, wie, wie, wie versteuert man Flatter? Also Flatter habe ich, Flatter glaube ich, es gibt ja auf dem, auf dem Einkünfte aus selbstständiger Arbeit, gibt es so ein Feld, das ist halt für Trinkgelder. Und da habe ich Flatter eingetragen. Ich glaube, das ist aber eine richtige, äh, ganz normale Einnahme. Glaube ich auch. Wobei das aber, also, also wenn du angestellt bist, dann musst du das, du musst dich glaube ich gar nicht, gar nicht selbstständig, äh, melden, wenn du Flattern hast, sondern kannst du es einfach nur auf deiner ganz normalen Steuererklärung angeben. Ja, richtig. Das ist halt, es gibt ja auf der Einkunft, also auf der Erklärung aus selbstständiger Arbeit, gibt es auch so ein Feld für, äh, Tätigkeiten auf Ausrichtsratssitzungen, so ein Scheiß, solche Gelder. Ähm, keine Ahnung, also, äh, wie das funktioniert. Das ist halt so, am liebsten eigentlich, äh, ich weiß nicht, wieso kann das so ein System nicht einfach sagen, hier, so viel habe ich eingenommen, das sind meine legitimen Ausgaben, so viel Steuerlast habe ich. Eine Seite, Bierdeckel. Ja, weil sie, ich habe das böse Wort gesagt, schöne Grüße nach Heidelberg. Du siehst auch schon aus wie Friedrich Merz. Na, das war der Professor aus Heidelberg. Der Bierdeckel? Ja. Nee. Bierdeckel ist auf Friedrich Merz. Ja, aber der Heidelberg hat es doch aufgegriffen. Hier, das Jahr hat nur noch elf Monate. Wie? Ja, das Jahr hat nur noch elf Monate. Hä? Weißt du, weißt du warum? Nee. Merz-Versagen. Oh! Ganz alter, äh, Wochenschow-Witz. Oh! Sat. Das war doch Merz. Na gut, ja, dann, trotzdem Grüße nach Heidelberg. Der arme Mann. Der ist sehr gekniffen. Zu Recht. Gibt's sonst noch was zu erzählen? Wann ist denn dein Plan? Wann soll das denn losgehen? Hast du schon eine Alpha? Hast du überhaupt schon irgendwas? Ja, ja, klar. Es gibt eine Alpha, es gibt so eine halbe Beta. Mhm. Und, ähm, ja, ich sag's. Ich glaube, dass es verkostet wird, selbst wenn das Ziel nicht erreicht kommt. Ich betrachte das Projekt mehr als so, ich würde das Geld investieren, da hab ich auch geschrieben, eher mehr in Serverkosten und so. Ja. Und, es dient mehr als Anreiz. Als, äh, tatsächlich Kostendeckung oder so ein Scheiß. Also, so ein bisschen Motivationsschub für mich. Ach so. Wenn halt irgendwie... Ich meine, sowas, das muss, das, äh, Sachen zahlen sich ja nicht nur in Geld aus, sondern auch in Reputation. Und gerade so in deinem Geschäft geht's ja viel darum, einfach nur bekannt zu sein. Mhm. Das ist ja genauso wie der, äh, Bauunternehmer. Die russische. Da geht man auch nicht hin, weil man, äh, Qualität erwartet. Nee, weil man sich den Besten aussucht. Einen Überblick hat man gar nicht erst leider. Ja. Da geht man einfach zu dem hin, da irgendwann ein Nachbar hat bei dem und dem, sein Haus von dem und dem bauen lassen. Dann gehe ich auch mal zu dem. So. Noch das andere große Projekt von mir? Ja. Hast du, äh, so einen Zettel mitgebracht? Für dich? Nee, natürlich nicht. Ach. Ich kann doch jetzt nicht zum Drucker laufen. Doch, kannst du. Nein, weil ich den USB-Dings dann abziehen müsste. Und wir nehmen gerade auf. Ach, okay. Ja gut, dann unterzeichnest du einfach virtuell. So. Weil, Herr Puhl... Das dürfen wir doch nicht. Nein, du unterschreibst, also du schreibst, also... Wollen wir das in der Sondersendung machen? Ja. Es gibt noch, zu dem Thema, was wir jetzt anschneiden, wird es noch eine Sondersendung geben, vermutlich erst so in sieben oder zehn Tagen, weil es Menschen gibt, die einfach so Urlaub machen. Ich mach keinen Urlaub. Mit du nicht. Ach, du? Nee. Ach, der Henning? Ja. Ach so. Viel Spaß, Henning, beim Urlaub machen, ja. Ich glaube zumindest, der Urlaub macht. Er hätte mir irgendwie geschrieben, er wäre jetzt irgendwie zehn Tage nicht da. Ja, okay. Aber dann, äh... Was war das? Kaugummi. Ja, möchtest du eins? Nee. Nee, das ist so, äh, zum Drücken, und dann kann man das dann so an die Wand kleben. Ach, das... Und wollte ich mir jetzt das Kaugummi verkaufen? Willst du eins? Nee. Okay. Ähm, ja, Mitglieder begehren. Was ist denn das? Ja, und zwar sieht die SPD das Orga-Statut, das Organisationsstatut, Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Äh, sieht, äh, vorhatest, mit die da begehren können. Die können aufbegehren. Ja. Und zwar, wenn sie sich 50.000 Unterschriften sammeln. Das ist ja, also nur, du, stell doch nicht immer die SPD in so ein schlechtes Licht, ja. Es sind nur 48.000 Unterschriften. 48.500. Ja, siehste, ein Prozent. Zehn Prozent. Zehn Prozent. Zehn Prozent der Mitglieder. Ja. Und zum Thema Vorratsdatenspeicherung. Ja, und da habt ihr reingeschrieben in dieses Mitgliederbegehren, wir finden die Vorratsdatenspeicherung toll, sie sollte noch ausgeweitet werden, äh, bitte schlimmer als in Polen. Und das Gegenteil davon. Also, wir finden Vorratsdatenspeicherung nicht so gut, bitte, äh, schafft das ab und sorgt euch auf EU-Ebene, äh, auch dafür, dass das nicht mehr, dass wir das nicht mehr machen müssen. Genau. Ja. So. Und, da sammelt ihr jetzt fleißig Unterschriften. Richtig. Wer ist denn ihr? Ich und, äh, die Mina. Die Mina. Die Mina von Twitter. Richtig. Ja. Ja. Ad Mina, also M-I-I-N-A-A-A. Genau. Drei A's. Die geht auch gerne mal zu Starbucks und war auch mit dir da. Ja. Sie hat auch mal bei Starbucks gearbeitet, aber das ist ja auch egal. Echt? Ja. Ah ja. Das, äh, vielleicht hören wir solche Geschichten ja noch mehr in der Sonderausgabe, wenn wir sie auch dazu kriegen. Ja. Äh, ich hab übrigens hier, uns ist nur so eine externe Soundkarte ausgeliehen worden. Uh. Uh. Können so ein bisschen N-1'en. Äh, ich hab auch hiervon noch, aber ich glaub, da hab ich noch einen. Und dann brauchen wir noch Kabel. Du musst Kabel kaufen gehen. Okay. Hier so, äh, ganz normale 6,5 Millimeter Klinke. Mhm. Männlich auf männlich, wie der, äh, Soundprofi sagt. So. Äh, ja, und das, äh, machen wir jetzt, äh, und mittlerweile beginnt. Läuft noch bis zum 24. Oktober. Sozis-gegen-vds.de. Genau, verlinken wir. Sperrigere Homepage, hätte man sich auch nicht ausdenken können. Es gibt ein schönes, kleines, äh, Imagevideo, Das du nicht gemacht hast, weil du sowas Tolles nämlich nicht kannst. Richtig. Ja. Und, ähm, ja, wenn da draußen uns, äh, Mitglieder der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands zuhören, mach doch bitte mit. Ja. Denn, ganz lustig, man muss nicht dem Antrag des Mitgliederbegehrens folgen. Also nicht sozusagen. Nein, stopp, stopp, stopp. Du hast jetzt direkt falsch. Wir brauchen 48.000 mal, fünfmal, ja. Wer Nein ankreuzt, dem ist egal, es ist egal, es zählt nicht. Ach so. Nein ist nur drauf, weil wir sagen, äh, dass auch die Leute, die sich dieses Begehren nicht unterstützen wollen. Immer diese Demokraten. Ja. Ähm, das heißt, Sigmar Gabriel würde zum Beispiel auch unterschreiben, hat er angekündigt, aber Nein ankreuzen. Das heißt, er kommt auf einen Extrastapel, den ich dann am Ende verbrennen werde, weil er nicht zählt. Nein, so ist es ja. Ja, ja, aber ich denke gerade nur über Dinge nach, die ich nicht erzählen möchte. Nein, aber es ist halt, nein, wir wollen auch den Leuten die Möglichkeit geben, diesen Antrag, diesen Antrag nicht gut finden oder das, äh, vor Ort, sag ich mal, allgemein befürworten, befürworten. Ja. Ähm, die Möglichkeit geben, sich auch, äh, ihnen eine Stimme zu geben. Ich verweise an der Stelle nochmal an die Folge 4 des NDKs, war es glaube ich, da haben wir nämlich über den, äh, letzten großen Parteitag der großen Partei gesprochen. Nein, es war Folge 3 und da ging es nämlich um, ähm, auch Vorratsansprechung. Warte mal, genau, den SPD, äh, Bundesparteitag, da ging es drum und da ging es dann auch drum, wie es denn zustande gekommen ist, dass, äh, hier, die SPD sich für die Vorratsansprechung eingesetzt, äh, also, warum der, ähm, wie der, also, wir rufen uns nochmal in Erinnerung, Abstimmung über, äh, Antrag von, ich glaube, Jusos und, es gibt mal mehrere Anträge. Genau, wir finden Vorratsansprechung scheiße. Genau, der Userantrag wurde abgelehnt. Der wurde abgelehnt. Und dann kam es zu dem Emsbüttler-Antrag, der durch die Antragskommission modifiziert worden ist. Und zwar so modifiziert, dass er was ganz anderes ausgesagt hat? Richtig, es ist, also, die Leute, die in der Antragskommission sitzen, die sitzen, also, ich habe so ein schwarzes Buch, wisst ihr ja. Wir müssen das nicht alles, nicht alles wiederholen. Ja, auf jeden Fall, äh, es gab, äh, bei der ersten Abstimmung zu diesem Antrag gab's 50-50. Ich meine, es gab eine ganz kleine Mehrheit von, glaube ich, zehn Leuten, die da, also, gegen den Antrag waren. Das von hinten sah so aus, als hätte der Antrag abgelehnt worden, wäre im ersten Gang. Aber die Parteitagsregie sagte, nö, nö, das ist unklar hier oben von, äh, haben dann die, ihre Delegierten böse angeguckt und dann ist es zur 60-prozentigen Zustimmung gekommen. Genau. Unter anderem, äh, weil man hat ja, man schickt ja immer rhetorische Schwergewichte noch in die Bütt. Ja. Ralf Jäger, Innenminister NRWs, der gesagt hat, aber denkt doch an die armen Kinder, die Porn... Denkt ja nicht mal einer an die Kinder! ...die da für Pornografie missbraucht werden. Genau, die Fälle, die er erwähnt hat, die waren natürlich auch ohne Vorratsentfassung aufgeklärt worden. Ja, äh, ja, muss man, glaube ich, gar nicht erwähnen, das ist, also, schwachsinniger geht's gar nicht, weil man kann damit auch maximal danach den Täter herausfinden, aber sowas nicht verhindern. Ja. Obwohl man ja es vielleicht einfach nur verhindern, also, wenn das nicht besser... Naja, auf jeden Fall läuft das mitbegehren jetzt, jetzt sind wir heute die dritte Woche jetzt. Ähm, die erste Woche war sehr positiv, Presseberichte, Feedback, äh, aus dem Parteivorstand, inoffizielle Kanäle, alles positiv. Und die zweite Woche war scheiße. Ja. Dann kamen die ganzen Arschlöcher aus ihren Ecken und Löchern gerochen und haben den Leuten gegenseitig auf die Füße gekotzt und uns. Da sind wir jetzt mittlerweile irgendwie durch. Ich hoffe, jetzt kommt nix mehr. Ähm, aber ich bin da mittlerweile in eine Haltung eingegangen, dass ich da mit einer Dachlatte vorgehe. Also, den Leuten lieber eins rüberwische, weil, also, ich hab keinen Bock, also, wer darauf kommt, aber dann bleibt das Internet doch ein rechtsfreier Raum. Den Leuten kannst du nur auf die Fresse geben. Ja, denen kannst du auch nicht helfen, weil sie es nicht verstanden haben. Das ist, das ist das eigentliche Problem. Ähm, das ist mein Eindruck jetzt vom, also, mitbeginn, das ist die erste Woche, also, ich muss, den Parteivorstand muss ich dringend loben. Ähm, normalerweise bin ich ja eher kritisch dem Parteivorstand gegenüber eingestellt. Ähm, wenn ich nicht sagen würde, ich würde gerne putschen, aber, ähm, nein, aber die haben souverän reagiert, die haben, ähm, vielleicht blieb ihnen auch nichts anderes übrig, aber, ähm, die haben in Sachen rechtliche oder, äh, Beurteilung, wie was man machen musste, sind die sehr großzügig, wir einigen uns sehr alle, also, es ist alles super, ähm, und da, der Lob dafür da. Sie könnten auch anders reagiert haben, trotzdem, äh, na, wir unterstützen das prinzipiell, aber inhaltlich nicht, oder dann trotzdem mehr über die, über den Rückkanal, äh, bei Auslegungssachen halt irgendwie die harte Hand zeigen. Das machen sie nicht. Die sind sehr super, ähm, bei Fragen in Sachen Datensturz, Auslegung von Sachen und so, sind die sehr gut. Das, das Lob. Das nächste, was natürlich ein Problem ist, das sind natürlich ziemlich viele Unterschriften. Heute, äh, also, es sind jetzt etwas mehr als ein Prozent der benötigten Unterschriften zusammengekommen. Genau, Einzelunterstützer bisher alle. Einzelunterstützer bisher alle. Es gibt nämlich die Möglichkeit selber, einfach auszuschauen, ich bin jetzt, äh, XY, komme aus Z und tüte das in Brief und schicke das an Dennis Mord, an das Postfach. Wir hatten, äh, Annikas Berichtete. Richtig. Ähm, und, es gibt auch Listen. Richtig. So, heute, äh, Ätzte ist dann schon wieder über Twitter, habe ich dann gelesen, hatte ein Pirat aus Hamburg, dessen Namen ich vergessen habe, zum Glück, irgendwie geschrieben, äh, war was für ein wahnsinniger Aufstand nach 16 Prozent der Zeit schon ein Prozent der Unterschriften und das geht ja nicht mal elektronisch. Das geht natürlich nicht elektronisch, das ist auch Bullshit, dass es nicht elektronisch geht, das nur per Post geht, ist natürlich lächerlich und das Quorum ist auch sicherlich ein bisschen hoch, aber, was man auch sagen muss, es sind bisher nur Einzelunterstützer. Listen sind noch nicht da. Warum sind noch keine Listen da? Naja, es ist August und August ist bekanntlichermaßen, äh, bekanntermaßen Sommerpause und da tagen einfach die meisten Ortsvereine gar nicht. Das heißt, wird es im September wieder losgehen und dann kann man eigentlich auch erwarten, dass viele Listen vollgeschrieben mit Unterschriften eingehen. Genau. Also zur Zahlplanung, es gab ein bisschen Kritik, wieso wir jetzt das machen. Wir wollten das jetzt so machen, erstmal um die Pressewelle abzufangen, und gleichzeitig ganze Veranstaltungen uns vorzubereiten, weil jetzt waren wir jetzt eher mehr so auf, wir sind aktuell so ein bisschen mehr auf Werbetouren bei den Funktionären und da zur Unterstützung zu werben. Also, bevor wir dann, uns dann im September, ich mich dann mit dem Klemmbrett halt irgendwie, habe ich vorgenommen, mir durch alle Göttinger Ortsvereine nochmal zu tingeln. Ja. Das mache ich dann erst im September. Jetzt ist es mal so, wir waren gestern in Hamburg und waren Fotos machen für den Vorwärts, nächste Ausgabe. Vorwärts ist das Mitgliedermagazin, in der SPD kriege ich das Mitglied und da wird auch informiert. Kann man aber auch am Kiosk kaufen, die Zeitung. Aber nur an ausgewählten Bahnhofsfilialen. Das ist richtig. Ich glaube, die abonniert auch keinen SPD-Mitglied. Also, jemand, der nicht in der SPD ist, der abonniert die auch nicht, ehrlich gesagt. Obwohl man das kann. Wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Egal. Kostet aber auch 2,10 die Ausgabe. Okay. Was wollte ich sagen? Was wolltest du sagen? Genau. Wir haben Fotos gemacht und wir waren auch dann gleichzeitig in der SPD-Geschäftsstelle in Hamburg. Den lieben Johannes Kass habe ich verpasst. Der hat sich verspätet. Und es ist gerade praktisch, dass du gehst. Naja, ich meine, es wäre da schon Interessantes passiert. Der hat dir maximal so ein paar Rüstungsmillionen. Ups, habe ich das jetzt gesagt? Auf jeden Fall, ja, ist dann das nette Twitter-Foto entstanden, das er zufällig war. Es war unbeabsichtigt. Das schöne Gestellte. Ich habe nichts gesehen. Hast du es nicht gesehen? Nein. Ich habe es noch gefeatet. Auf dem Twitter-Account von der SPD Hamburg steht dann halt so, vielen Dank für ihr kommen, at Giga Linux und at Giga, ich kann meinen Namen nicht aussprechen, und at Mina und ein Foto mit uns mit Tassen in der Hand. Mit SPD-Tassen. Aha. Ja. Wann hast du das getwittert? Gestern Nachmittag. Ah ja, da ist es ja. Toll, oder? Auch, das war unbeabsichtigt. Schön künstlich, oder? So schön gestellt. Tja, hättet ihr jetzt gesehen, was ich gemacht habe. Kurzer Leak, meine Tasse war leer, weil ich habe keinen Kaffee getrunken. Ich trinke ja keinen Kaffee. Ja, das ist schlimm. Was hast du denn eigentlich bei Starbucks gemacht? Tee. Earl Grail. Earl Grail. Earl Grail. Holy Grail. Holy Grail, genau. Ja, und gestern und wir gehen jetzt und heute habe ich jetzt auf Twitter gerade gelesen, meine ich, dass die SPD Berlin Mailing geschickt hat in ihre, alle Mitglieder per E-Mail. Also im Newsletter vom Forum DL21 war es erwähnt. Genau, weil ich da, ja. Natürlich ist da Bekommen und Lesen ist natürlich immer noch eine Abstufung, die, naja. in zwei Wochen ist Bundesausschuss, der Bundesvorstand der Jusos hat sich schon dafür ausgesprochen. Genau, Pressemitteilungen, es gab jetzt noch einen Hinweis, die Jusos unterstützen es dem zum Beispiel, dass sie jetzt alle Gliederungen anschreiben unter Bezirks, also bis zur Unterbezirksebene, den Listen zu schicken, die dann ausgelegt werden müssen. Weil der Portaivorstand hat die Gliederung informiert drüber, aber hat sie darauf hingewiesen, dass wir auslegen dürfen, aber nicht darum gebeten, was auszulegen. Und damit schließen wir die Lücke mit diesem Mailing, da muss ausgelegt werden, Punkt. Und wenn wir eine Gliederung erwischen, die nicht ausgelegt hat nach diesem Mailing, gibt es Ärger. Da komme ich persönlich im Panzer. Ich erinnere mich daran, es gab diese Frage im Vorfeld, müssen auf einer Liste immer Leute aus dem selben Unterbezirk? Die Bitte gibt es, ja. Es gibt die Bitte. Es gibt die Bitte. Also die Formulierung soll, es sollen. Ja. Es gibt aber keine entsprechende Richtlinien, also es ist nicht gestützt durch irgendeine Richtlinie oder so. Genau. Es gibt eine Richtlinie, die sowas besagt, die gilt aber für den Landesverband Berlin. Und nur für mittelter Begehren, die auf der Landesebene stattfinden. Genau. Und da war die, um mal ein bisschen interner hier auszuplaudern, wir sind ja gerade schon dabei, da war dann die, ja doch schon, das war eigentlich schon intern, aber egal. Ja. Man kann es ruhig erzählen, weil das natürlich auch wieder so eine lustige Juristenmasche ist. da hat dann, haben dann die, die Justiziare der Partei, die vielen hundert Herrscharen, die da in Berlin engagiert sind, gesagt, naja, aber das macht man ja, das hier, diese Richtlinie, da steht das ja so drin, dass man das so machen muss. Das hat natürlich nichts mit der Bundesebene zu tun. Und das ist natürlich, das klingt natürlich direkt wieder nach, nach einem vorgeschobenen Grund, da möglichst irgendwie Unstimmigkeiten im Nachhinein konstruieren zu können, wenn man sie braucht. Aber das, das passiert nicht. Das ist nicht passiert, weil von, von sich aus hat das Willy Brandhaus gesagt, dass die Unterschriften im Willy Brandhaus kontrolliert werden, auf Bundesebene zentral. Genau. Was wir unklar war, ob das passiert, ob wir das einklagen müssen im Zweifel am Ende. Ja. Das heißt, von denen haben die jetzt nicht gesagt, deswegen ist da mein, dass meine ganzen Unsicherheiten, die da waren. Das ist natürlich einfacher auszuzählen. Ja. Ich glaube, auch selbst, wenn da nur, nur 2000 Unterschriften zustande kommen, wird das trotzdem lustig, lustig sein, das tagelang auszuzählen und dann die Namen, die Namen in Excel-Tabellen einzutragen und immer zu, immer nochmal einzugeben. Haben wir den schon? Mit der Mavis abzugleichen? Gibt es den überhaupt? Die Mavis natürlich, Brandius in der Geschwindigkeit natürlich super schnell. Ja, ja, natürlich. Die Mavis ist, ist das interne Mitgliederverzeichnis der SPD, über das immer so, alles mögliche rausschicken kann, Mitglieder informieren und so was. Ja, und die Mavis ist halt von den Österreichern erfunden. Der SPÖ hat sie es erfunden und die Berliner, oder die Deutschen haben es importiert und dementsprechend ist es auch scheiße. Also wenn man österreichisches Zeug nach Deutschland importiert, ist es scheiße. Ja. Wissen wir, kennen wir aus der Geschichte. Äh, ja. Ähm, ja, also, das heißt, man kann im Zweifel auch, äh, genau. Ich nehme eine Liste zum Bundesausschuss mit und sage, Ja, und, äh, noch ein Hinweis, ähm, weil, das ist zwar, ist niemandem aufgefallen, das ist auch eine erstaunliche Erkenntnis, dass eigentlich jemand Parteitagsbeschlüsse niemand kennt. Der Parteitag hat eigentlich beschlossen, dass es ein digitales Mitgliederbegehren eigentlich gibt im letzten, äh, auf dem Parteitag, letztes Jahr. Ja. Ähm, das wird kommen. Ähm, es gibt eine Arbeitsgruppe, Arbeitskreis, digitales Mitgliederbegehren, wo ich mit drin bin und wir tüngeln das bald aus mit dem Wille Brandhaus, dass das bald kommt. Und, äh, dann muss das per E-Post-Brief, dann, äh, Ich denke nicht. Es wird wahrscheinlich so, ich, ich plädiere drauf, dass es so sein wird wie beim Bundestag. Alte eine Bestätigungs-Mail oder was? Na, du bist ja bei SPD, wenn du dich bei SPD registriert, kannst du deine Mitgliedsnummer eingeben und dann wirst du verifiziert automatisch. Ja. Und darüber bist du dann erkannt, dass du bist das SPD XY und dadurch wird erkannt und dadurch könntest du auch mitmachen. Und ich glaube, so wird es funktionieren. Ja. Und, äh, ich bin da auch halbwegs, halbwegs, äh, optimistisch, weil das ist echt, was man, was man so mitkriegt, wie der Umgang da aus der Parteispitze, das ist ganz, ganz ordentlich. Die wollen das, Allerdings, auch an Nicht-SPD-Mitglieder geht immer noch die Bitte, falls ihr Menschen kennt, die, äh, immer noch Mitglied dieser Partei sind, dann sagt ihnen doch einfach Bescheid, dass sowas existiert und, äh, schlagt sie so lange, bis sie mitmachen und, äh, ja, ankreuzen. Oder, das ist auch ganz lustig, man kann auch natürlich immer noch Mitglied werden. Ja, kann man auch, aber wie lange muss man, kann man dann sofort auch unterschreiben? Ne, ihr müsst einen Moment warten, bis ihr eine Bestätigung bekommt, wobei ihr könnt sofort unterschreiben, weil spätestens zum 25. Oktober seid ihr in der Datenbank drin. Ähm, und, äh, ich glaube, dass das wird klappen. Wenn man jetzt noch irgendwie bis Mitte September eintritt, dann sollte man, äh, zum 1. Oktober Mitglied sein und, äh, dann ist man, ist man drin. Dann kann man auch unterschreiben. Es geht auch um, so können Sie mit Gastmitgliedschaften, die auch nicht unterschreiben dürfen, weil es sind ja keine vorwärtigen SPD-Mitglieder. Ja, richtig. Die können umwandeln und immer noch unterschreiben. Aber müssen mindestens bis zum 25. Mitglied sein, dann gilt, danach können sie wieder austreten. Psss, ja. Ja, schöne, schöne Sache. Ich freue mich. Was ist dein, was möchtest du, was dabei rauskommt? Wie viel, äh, Wie viele Leute sollen da mitmachen? Wann seid ihr zufrieden? 20.000. 20.000. Okay. Das heißt, ihr geht auch gar nicht unbedingt davon aus, dass ihr das Quorum schafft. Nö, nö, nö. Es ist ein sehr hohes Quorum, das Thema, mal schauen. Also 20.000 sind wir zufrieden und ich glaube, bei 20.000 wird es, wenn man die Signallage, also die Spatzen pfeifen, ja, so. Was? Die Spatzen pfeifen. Was? Und bei 20.000 bewegt sich was. Punkt. Mehr will ich nicht andeuten. Ja. Gut. Ist, glaube ich, eindeutig an der Stelle. Also das, um nochmal das Prozedere deutlich zu machen, wenn 48.500, äh, gültige, Genau, dann ist die Pistole auf der Brust des Parteivorstandes. Dann geht es zum Parteivorstand und der kann dann entscheiden, nehmen wir das so an oder nehmen wir es nicht an? Wenn sie es annehmen, ist alles gut. Dann haben wir eine Beschlusslage, die nur mit zwei Drittel Mehrheit aufgehoben werden kann in den letzten zwei Jahren. Wenn es, äh, wenn sie Nein sagen, dann gibt es einen Mitgliederentscheid. Und das heißt, 50.000, 500.000 Mitglieder kriegen einen Brief und können dann in ihren Ortsrein gehen, dort abstimmen, Unwahl oder per Briefwahl. Und das Verfahren kostet viel Geld, deswegen ist das unrealistisch. Ja. Weil Geld ist nämlich nicht so viel vorhanden. Doch, aber nicht dafür. Genau. Ja, wir müssen ja auch feiern, weil wegen, äh, 150 Jahre und so. Ja. Ob es dann wieder Schokobrunnen gibt mit weißer Schokolade? Es wird ein, äh, großes Dings geben. Ja, ich weiß. Aber wo denn? Dortmund war. Dortmund, ja. Mal schauen, was das wird. Ja, ist halt in Dortmund, ne? Was willst du erwarten? Naja, gut. Auf jeden Fall noch ein Hinweis. Ich hab einen, auf meinen, ich hab ja einen neuen Blog, ist egal. Auf jeden Fall, da ist ein Text, den verlinken wir, mal durchlesen, finde ich lustig. Weil den Text hätte ich, glaube ich, nicht schreiben können vor einem Monat. Hast du ihn gelesen? Nee. Doch. Ja, ja, ich hab ihn, also ich hab ihn, sie hätte ich mal aufgehabt und überflogen. Ich hab ihn jetzt aber nicht im Kopf. Du meinst das mit Gesellschaftspolitik und so. Genau, und, ähm, ich glaube, den Text hätte ich vor einem Monat nicht schreiben können. Gut. Und, äh, ja. Nehmen wir das mal so hin. Und, äh, T-Shirts bestellen. Den Hinweis muss ich noch reinbringen. Okay. Äh, ich hab, eigentlich nur als Twitter-Idee für mich sagen, ja, der Spruch Netzpolitik ist fucking Netzpolitik, äh, Netzpolitik ist fucking Gesellschaftspolitik. Ich mach mir ein T-Shirt draus, so als Gag auf Twitter. Zehn Minuten später schieb ich so ein Motiv hoch. Naja, und dann war... Hast du das eigentlich selber gebaut? Ja, klar. Ah, okay. Ähm, und dann waren dann die Rufe, ja, wollen wir auch. Und dann hab ich in den Shop eingerichtet und jetzt sind drei Bestellungen schon eingegangen. Ah, ja. Und mach halt als Twitter-Motiv und und es steht unter C10-Lizenz, das heißt Raub, äh, Raub, äh, also Raub, äh, Raub-T-Shirts könnt ihr auch machen. Machen. Da. Volt, wir Volt. Und gelb sieht das ganz, ganz nett aus. Mit roter Schrift. Sieht ein bisschen aus wie Hulk Hogan. Der auch gelb, rote Schrift, na, egal. Ja. Ja, das war, das war's schon. Ja, mehr gibt es zu dem Thema halt dann in dem, in dem Interview Spezial. Spezial-Podcast, was dann die Tage kommt. Wir haben aber noch Kleinteiligkeiten zu besprechen. Und, mal wieder, die Junge Union. Ja. Äh, ja, die hat keinen Bock auf Demokratie mehr. Zumindest nicht an Unis. Ja. Also, sie hat keinen Bock auf Demokratie, aber jetzt offensichtlich nicht an Unis auch nicht mehr. Also, nein, die haben nie Bock gehabt auf Demokratie, sagen sie jetzt, dass sie es an Unis keinen Bock exklusiv haben. Ja, die finden nämlich, dass die Asten abgeschafft gehören. Genau. Weil, mit Beteiligung ist ja scheiße. Äh, ja, und die tun ja auch nichts für die Studenten. Das ist ja alles, ne? Die stecken sich nur selber das Geld in die Tasche. Ähm, und sowas. Da fragt man den RCDS, Wie viel Korruptionsskandal der in Deutschland weit angezettelt hat. Ja, also, man könnte tatsächlich meinen, dass sie da irgendwie auf ihre, äh, Es gibt die Vorteile, die konservativen verschwinden. Geld und die Linken beschäftigen sich halt mit Weltpolitik. Das ist halt nicht so. Genau, die kümmern sich, die kümmern sich halt nur um, die kümmern sich um, 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 äh, unifremde Politik, wobei ich nicht verstehe, warum ein Aster nicht politisch sein darf. Das ist irgendwie völliger Quatsch. Aber egal. Ähm, was ich interessant finde, ist, dass dann auch der RCDS, der durchaus ziemlich rechts ist, Ja. Jetzt da. Dagegen ankackt. Ja, klar, die finden sich halt ein wenig betrogen von der Jungen Union. Dann hat die Jungen Union gesagt, ja, aber der Laden gehört nicht zu uns. Der ist, ja, nah, aber gehört nicht uns. Ja, mal schauen. Also, lieber RCDS, äh, So eine Trennung von der Jungen Union? Macht mal. Spaltung ist immer gut da. Die sind ja, die sind ja nicht offiziell mit denen vertüdelt. Ja, aber ne, aber die, die Farben dieselbe tragen, die haben einen Schriftzug im Logo, Leute. Das ist der ein und selbe Laden. Die Jungen Union ist auch in eigenen Rangen verhandelt, gehört nicht zur Partei. Fickt euch. Punkt. Macht Spaltung. Trennt euch. Judäische Volksgruppe und Volksgruppe von Judäa. Kloppt euch. Gut, kann man machen. Übrigens, Dennis, zwei Stunden, 13 Minuten, das wird nix. Ja, schade. Außer, ich fange jetzt an, aus meinem, aus dem Kapital vorzulesen. Wir können nicht, weil in einer Stunde und 20 Minuten ist das Finale über 200 Meter. Und du brauchst ja noch 30 Minuten zur Couch. Ne, wollen wir nicht noch, das wollen wir noch fertig machen. Ah ja, stimmt, wir müssen ja noch arbeiten danach. Das ist ja hier nur Fun, das ist ja nur Spaß. So, und, aber es gibt ja auch, es gibt ja auch unmenschlich, noch unmenschlichere Dinge als die Junge Union. Genau. Zum Beispiel? Stadtgebühren, Mahn, Stadtbüchereien, Stadtgebühren, Mahnbüchereien. Ne, Mahngebühren von Stadtbüchereien. Das sind unmenschlich. Unmenschliche Dinge. Und zwar, der Landtagsabgeordnete Robert Stein von Piraten hat auf offiziellen Briefpapier von seinem Landtagsbüro Beschwerde erhoben gegen die Mahngebühren, die gegen seine Tochter wegen einer verspäteten Rückgabe eines Buches erhoben worden sind. Und das findet der Typ unmenschlich. Mahngebühren in öffentlichen Bibliotheken, das kennt ihr. Ja. Fünf Wochen zu spät abgegeben, jetzt zahlst du aber erst mal 20 Cent Strafe. So geht's aber nicht. Richtig. Wie viel waren es hier? Wie viel sollte sie zahlen? Oh, es ist glaube ich, es ist ganz wenig. Es geht glaube ich um, äh, ja, ähm, 8,70 Euro. Ja, Wahnsinn. Die könnten mal ein Quad fanden eigentlich. Wahnsinn, ist das unmenschlich. Ja, und es ist teilweise nur Porto. Boah. So. Und das findet der Verfahren unmenschlich, weil im Wochenrhythmus Mahnungen kommen. Und in seiner eigenen Firma, der selbstständige Unternehmer, wäre es nur um vier Wochen Rhythmus gemacht. Unternehmer. Ja. Und in der Bücher. Ich habe es dir etwas gebracht. Und er vermisse in der Bücherei die Kulanz. Ja, genau. Ja, und, äh, der Typ hat einen Arsch offen. Also er hat... Der ist Unternehmer. Ja. Der hat es zu was gebracht. Der Typ hat den Arsch offen. Der ist Unternehmer. Achso, das ist gleich. Der hat es zu was gebracht. Achso. Ich habe mir das alles hier erarbeitet. Genau. Und die Straßen vor der Tür und die Wasserzugänge und alles. Habe ich alles selbst bezahlt. Mhm. Meine Schule habe ich selbst bezahlt. Ich habe meine Lehre erst ausgebildet, dann habe ich sie bezahlt, mich zu unterrichten. Genau. Und dann bin ich Unternehmer geworden. Ich habe was aus mir gemacht. Nein, nein, nein. Stopp, stopp, stopp. Er hat ja noch angefangen. Er muss ja noch die, also die Kosten für seine Geburt hat er selber erwirtschaftet und so. Ja, klar. Ja, natürlich. Er hat schon vor seiner Geburt gearbeitet. Erstmal hat er den Kredit aufgenommen. Ja. Und, äh, Venture-Kapital sich organisiert. Richtig. Das Unternehmer hat es zu was gebracht. Einzig, ihm fehlt noch ein Schimpanse. Das verstehe ich jetzt nicht. Trignehmer. Ach. Okay. Aber... Ich habe eine letzte Doku gesehen mit dem Typen, der hat die, äh, wer im Büro rumgebrüllt hat. Ist auch Choleriker. Ja, natürlich ist er Choleriker. Ist auch CDU wieder. Ja. Aber der ist wenigstens, der ist wenigstens, von daher, äh, von daher finde ich den gut, weil der, ähm, der flüchtet sich nicht in eine Kapitalgesellschaft oder so, sondern der ist halt einfach Unternehmer. Und wenn seine Ding da pleite geht, dann ist er auch pleite. Ja. Also der haftet wirklich ganz normal, standardmäßig eingetragener Kaufmann auf alles, was er hat. Wobei, wir sehen, bei Schlecker hat das nicht funktioniert. Hä? Nee, 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 nee. Also, was anders gewesen wäre, wenn, wenn Schlecker jetzt eine GmbH gewesen wäre, zum Beispiel, wenn wäre die GmbH pleite, Schlecker hätte immer noch Millionen. Ja. Aber Schlecker hat trotzdem immer noch Millionen. Der ist nicht pleite. Ach so meinst du das? Ja, weil er natürlich sein Geld ausgelagert hat und so weiter. Das kannst du natürlich trotzdem machen. Aber generell finde ich das schon immer, äh, finde ich das eher begrüßenswert, weil, äh, naja. Ja, also er ist von den, von den, ja, er ist noch wahrscheinlich der Gute von dem Dreckspack. Der, der Beste von den, von den Schlechten. Richtig. Ja. Wenn wir schon sind beim Kapitalismus, äh, ja. Bolivien wirft Coca-Cola raus. Ja. Und zwar warum? Äh, weil es kapitalistische Scheiß ist. Genau. Kapitalistenbrause. Wissen wir doch. Deswegen gibt es auf allen vielen News-O-Verscheitungen immer, gibt es eigentlich die Regelung, ich glaube, irgendwo gab es die. Ich meine, bei der Gewerkschaft ist es so, dass man da lieber keine Cola... Wir haben, ähm, das auch mal, äh, also, bei der Bezirkskonferenz zur Abstimmung gehabt, dass wir keine Cola, Coca-Cola mehr kaufen. Ja. Ähm, das ist ein zweischneidiges Schwert. Eigentlich ist es natürlich zu begrüßen, auf der anderen Seite ist, wenn du einen Raum anmietest, ja, dann kannst du nicht einfach sagen, wir nehmen nur das und das und wir hätten, wir hätten zwar gerne Softdrinks, aber nur die von XY. Ja. Das ist halt manchmal ein bisschen schwierig. Und wenn du halt, wenn du halt das nicht organisieren, äh, kannst, sozusagen, oder nur gegen, gegen großes Geld, dann ist es meistens, dann heißt es meistens, naja, wir organisieren es halt lieber nicht und dann gibt es halt nur Wasser und Brot. Ja. Und, äh, will auch keiner. Genau. Und deshalb haben wir in, 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 in Weser-Ems die Beschlusslage, wenn es geht, nehmen wir was anderes, wenn nicht, dann nehmen wir halt, zum Not auch Cola. Genau, Cola ist jetzt rausgeworfen worden, als aus Bolivien. Ende des Kapitalismus haben sie erklärt. McDonalds, äh, hat sich da so eingereitet, nach dem Motto, als böses Opfer, aber die sind nur abgehauen, weil es nicht gelief, das Geschäft. Ja. Ich mach, ja, ich mach jetzt den Wort, das Wortspiel mit Bolivien nicht. Wie denn? Sag. Da steht Bolivien. Das ist auch falsch. Ja? Bolivien. Ach so. Ja. Kommen wir zum Schluss. Ich mach das Wortspiel jetzt nicht. Ich hab's dir doch gesagt. Doch, bitte. Bitte, bitte, bitte. Kommen wir zum Schluss. Ich mach's, wenn wir Off-Air sind. Ach so. Also vielleicht mach ich's für einen Stream noch. Aber wenn ihr nur bitte sagt. Also. Ähm. Kommen wir zum Schluss. Genau. Zu einer gar grausigen, traurigen Meldung. Denkt denn niemand an Hitler. Es hat, vor einigen Tagen ist ja diese, hat sich ja diese, diese Schauspielerin da das Leben genommen. Äh, die ja diese Ballerina in den 80ern gespielt hat. Ja. Seide. Ähm. Was hat jetzt damit, hast du was reingekommen? Nein, und das, nein, und da waren einfach viele ergriffen und traurig. Weil die war halt am Ende echt krass, äh, abgefuckt. Ja, der ging's schlecht. Die hatte anscheinend auch Depressionen, der hat zu viel Alkohol getrunken. Hatte kein Geld. Ähm. Und da haben viele einfach mitgelitten. Aber ich glaube, das, was wir jetzt zu verkünden haben, das wird euch alle so dermaßen in tiefe Trauer äh, reißen, dass ihr gar nicht anders könnt, als zu eurem Fernseher zu gehen, euch noch ein letztes Mal vor ihm zu verneigen und dann euch heute Nacht nochmal letztes Mal hundertmal, äh, ne, hundert Jahre anzugucken, die, glaube ich, 30-stündige Doku von ihm. Weil danach gibt es nur noch N24. Ja. Gido Knopp hört auf. So eine traurige Nachricht. Was soll man, also, ja. Wer beschäftigt sich denn jetzt natürlich noch mit Hitler? Also, Der arme Führer. Denkt denn keiner an Eva Braun? Ja. Jetzt haben wir noch N24 und den Spiegel. Der Spiegel, der, der bringt ja regelmäßig Hitler-Titel. Private, äh, äh, Fotos von Eva Hitler, geborene Braun, hat letztens noch Spiegel Online irgendwo getitelt. Ist alles vorbei. Das öffentliche, öffentlich-rechtliche Fernsehen wird Hitler frei. Ja, hat auch, damit auch einen großen Quotenmagneten, äh, Quotengaranten, sagt man, glaube ich, verloren. Wir trauern um Guido Knopp und um den Führer. Richtig. Ja, mein Magen ist auch schon, kommt schon ordentlich hoch. Der Reichskanzler hat Magenbeschwerden. Der Reichskanzler, auch sehr schön. Reis, also ohne, 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 ohne CH. Ja, ich hab meine blöde Aussprache. Nein, du hast, ich hab das doch gesagt. Ach so. Aber fand ich trotzdem witzig. Ja, ja, ich hab das doch gesagt, weil das witzig ist. Ja, aber ich dachte, es bezog sich auf meine Aussprache. Nein, es bezog sich nur auf das Wortspiel. Ja. Mann, du denkst, bist auch viel zu ich bezogen. Ja, natürlich. Ich hab übrigens Aufkleber. Ja. Äh, 5 mal 5. Ja, und? Kann man Sachen draufschreiben und dann aufkleben. Äh, ja, das war's dann noch. So, in einer Stunde und 14 Minuten läuft Usain Bolt 20 Sekunden lang über eine Rennstrecke und ist dann mal wieder Olympiasieger. Und wir verabschieden uns. Es wird bald Folge 23 erscheinen. Vorher gibt es noch ein Special zur Vorratssatzanspeicherung. So in etwa? Vielleicht. Mir fällt keine Ahnung, das Wort kann sein. Ähm. Um das Wort zu füllen. Und danach gibt es Folge 23 und ihr wisst ja, da, äh, ne? Da kann auch mal die Illuminaten. Ja. Vielleicht. Ich sag tschüss jetzt. Tschüss. 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 Musik Musik Musik